Ja, finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Kapitel 2, Gelber Sand, trostlose Dämmerung. Fand ich tatsächlich auch sehr, sehr geil, dass das so als Zeichentrick gerade ein bisschen erzählt wurde und aufgezeigt wurde. Ich mag sowas immer gerne, wenn die Storys der Spiele in irgendwelchen Zeichentricks oder in irgendwelchen Bilderbüchern oder so verpackt sind, die dann visuell als Video dargestellt werden. Das finde ich immer sehr, sehr nice. Mag ich sehr gerne. Oder halt auch in normalen Render-Videos. Wie das jetzt zum Beispiel. Er ist ja voll der Rocker. Der Rocker kann, aber ich meine Schwertigsters Wie kann der eigentlich singen? Der hat keinen Kopf mehr. Warum sind wir so durchlöchert mit Pfeilen? Haste makes waste, I'll lend you a hand. Butcher Steffi, get more shots and you'll be high and dry. Er ist sehr geil, er ist so cool. Wieder eine ganz andere Gegend hier. Achso, ja, klar, vielleicht aus noch weiterer Entfernung. Ach, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier Wüstenratten oder was? Okay, warte mal. Ja, der war, der war, der war echt komisch. Okay, ihr nervt mich, ihr nervt mich tierisch, ich werde euch jetzt vernichten. Ja, ja, alles klar. Was? Lol. Wird grad gebannt und das war ne Brandbombe oder? Okay, nächster Eintrag. Da ist wieder so ein Schildfuzzi. Ah, au, au, okay, au. Oh, eine Pflanze zu sammeln, das ist sehr schön. Ah, ja, danke. Jetzt darf ich mich direkt wieder heilen hier. Ich fand den Typ grad mega lustig. Achso, dachte, fängt hier gleich wieder an zu rocken. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es dort weiter geht. Ah, okay, doch nicht. Was ist das denn? Ein Trinkhorn. Als Pferdeschädel. Lamsundtränke. Oh, ich kann meine Waffe weiter aufwerten. Kritische Trefferchance plus vier, heilige Maria Gottes. Ähm, Yao Guaikean. Verdammt. Oh Gott, das kosten viel zu viele. Oh, ich hab die noch gar nicht. Ich hatte die noch gar nicht verbessert. Ich hab die ganze Zeit mit einer schlechten Waffe gekämpft. Deswegen hab ich auch so wenig Schaden gemacht. Hahaha. Ja. Ich dachte, ich hätte die schon aufgebessert. Ja, gut. Danke. Man muss es ja auch schwerer machen, als es ist, ne? Hahaha. Man muss es ja auch schwerer machen, als es ist. Naja. Ah, da haben wir es. Lamsut. Äh, jeder Schluck stellt sofort 20% des maximalen Lebens und danach kurzzeitig langsam 25% des maximalen Lebens wieder her. Also insgesamt 45%. Brauche ich, brauche ich mehr Heilung auf Zeit? Wobei eben beim Bären... Hm. Oh, das kann ich ja auch nur bei den Typen machen, ne? Kann ich auch nur bei den Typen ändern. Alles andere wäre ja auch langweilig. Ja. Ja, ja. Absolut. Hahaha. Danke, Sycate, für den Applaus. Ich sag ja, also ich bin ein richtiger Souls-Spieler, ne? Also wer jetzt was anderes behauptet... Der Licht auch deutlich... Uh. Hier ist wieder so ein Frosch. Also wer jetzt was anderes behauptet, euch habe ich eines besseren belehrt. Ich bin auch so einer, der einen Eldenring denn auch keine Geister beschwört. Die einem helfen. Weil es ja... Das machen ja nur Noobs. Das machen ja nur Noobs. Boah, das Wasser sieht aber echt gut aus hier im Spiel. Holy shit, ey. Was ist das denn für ein Vogel? Oh Gott. Das ist Splinter. Das ist Splinter. Wir müssen Splinter Hallo sagen. Okay. Kann ich hier rauchen? Oh ja. Tatsächlich. Hm. Komm, wir sagen Splinter mal. Oh. 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 Oh Gott. Das ist Magier. Oh. Rogel. Leg. Oh. Oh. Wow. Das war ähm. Oh oh. Ui Es hat gut geruckelt gerade Es sind zu viele Effekte Nein Okay es geht noch Ich bin nicht vergiftet Ich muss wirklich sagen Das Wasser sieht wirklich richtig richtig schön aus Hier Oh Gott Hatten wir nicht eben schon einen Boss Müssen wir hier wieder einen Bossfight haben Warum Warum Guck mal Ich gehe hier einmal rum Hier war nämlich Hier ging es ja auch nochmal hoch Oh du musst ihm das Huck To it To it Oh du musst ihm das Huck To it To it To it Oh guck mal nochmal ein kleines Pflänzle ich werde mal gucken ok also hier oben oh hier oben ist ein ich habe ihn da unten gesehen ok wir gehen ich gehe mal eben schnell zum Schrein damit wir den aktiviert haben und dann und dann können wir können wir mal zum Frosch gehen ja dann können wir nämlich zum Frosch gehen ich glaube der Frosch wird ungemütlich schön viel Gift und so ich glaube das wird das wird nicht so schön sein Schmiede Rüstung herstellen ich kann schon wieder neue Rüstung herstellen ne doch tatsächlich was ist das denn jetzt für eine Rüstung im Wolkenschritt werden Gegner in der Nähe kontinuierlich durch verschleiernden schwarzem Wind angegriffen nee fühle ich fühle ich jetzt nicht so wenn ich ehrlich bin die habe ich ausgerüstet die habe ich auch das kostet 2000 ne warte ich mache erstmal die Waffe ich mache erstmal die Waffe bevor ich hier die Rüstung mache wir müssen unsere Waffe unbedingt upgraden das geht so nicht weiter das kostet nämlich 2700 so dann können wir die Waffe nämlich auch ausrüsten und Yao Guai Kern wo bekommen wir die denn können wir die kaufen aber wir haben sowieso zu wenig Geistersense mal ganz davon ab so jetzt können wir mal gucken ob wir die Rüstung dann trotzdem noch herstellen können ja hat auch nur zwei Rüstung weniger ne die sieht ja schick aus die sieht ja schick aus ja zwei Rüstung weniger scheiß drauf so brauen haben wir noch mehr noch mehr Not also insgesamt wäre das halt eine Heilung von 45% plus den noch den Hot den wir hier durch die himmlische Lotus-Same haben also insgesamt ist das schon eine gute Heilung allerdings eine Heilung über Zeit da müssen wir mal müssen wir mal gucken wie wie schnell das geht ähm wie viel HP ich da pro Sekunde tatsächlich heile okay wir rasten einmal wow Pudding ernsthaft also da hast du schon bessere gemacht oh ein Pflänzle so warte mal wenn wir da jetzt runter gehen komme ich denn überhaupt wieder hoch so der Magier ist auch wieder da ist ja okay da komme ich von dort wieder hoch kann ich hier überhaupt runter oh ja ich kann tatsächlich runter ah ein bisschen Fallschaden okay aber es geht noch ach das ist doch ein Blitz-Typ Ohohohoho Ohohoho Au ich wollte mich gerade heilen Au Alta was warst du denn da für ein Backkick Ist ja widerlich. Okay, warte. Er hat mich gerade gefressen. Au. Du bist geshoppt. Wenn ich geshoppt bin, nehme ich mir Schaden. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Alter. Was ist denn das für ein... Ja. Okay, der Hot hat... Okay, der Hot geht schon gut hoch. Der geht schon gut hoch. Okay, der Hot geht schon gut hoch. Oh I Oh, was macht der denn jetzt? Au, au! Alter, hör doch auf jetzt! Okay. Au, au, au! Medikament gegen Böses, Rezepte. Ja, au, guai kehren. Oh, okay, okay. Okay, also die Heilung ist schon gut. Oder? Was sagt ihr? Ich glaub schon, ne? Kann man, ähm, kann man machen. Mit der, ähm, mit der Heilung über Zeit. Geht ja doch relativ flott. Okay, was ist das Kaulquapp? Der Nachwuchs des Frosches. Behandle sie mit Wertschätzung, da sie sich eines Tages als wunderbar nützlich erweisen könnte. Na, ich weiß ja nicht. Finde ich, fühle ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Fühle ich jetzt nicht so. Also, in unzähligen Rezepten herrscht Süßholz vor, das häufigste aller Medikamente. Kann zur Herstellung von Medizin genutzt werden? Ja, bisher haben wir aber noch nicht viel mit Medizin am Hut gehabt. Blablabla, Ratten. Ja, will ich gar nicht lesen. So, wer ist er denn? Äh, with swollen belly strange skills arise. The frogs croaks, can someone thunders cries? No long, äh, no loom needed to call the breeze. In shallow waters, frogs, songs, please. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum das Englisch war. Hab ich wahrscheinlich heute Morgen vergessen zu, zu übersetzen. Ja, gib mir mehr, gib mir mehr. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Oh, da vorne seh ich... Da vorne seh ich schon wieder Essenzen. Wer ist er denn? Oh, okay. One of my formulas was swallowed by a petty frog. Stay and help me. A deity like myself would not short you. Hm, das Rezept haben wir ja. Oh, how wondrous. Martin follows Earth. Earth follows sky. Sky follows Dao. Dao follows nature. Alter, was hat denn der für ne Spucke? These common pills? I grant you. Hereafter, you may craft more yourself at the Shrines. I must retrieve a furnace forthwith. Pray forgive my departure. Ich will nicht. Nee, nee, ich will... Ey, also das trink ich hundertprozentig nicht. Deine komische Spucke. Das ist ja eklig. Wo ist der Meditationsort? Ah, wir können meditieren. Ah. Aber der Frosch ging tatsächlich gerade, Can. Das stimmt. First Try. Das war ganz okay. Oh, wir haben sogar wieder zwei Punkte, die wir vergeben können. Ansonsten ist hier glaube ich nix, ne? Nee. Okay. Äh, vergeb ich mal kurz die Punkte. Oh Gott, was kill ich denn jetzt? Äh, ja. Ah. Stimmt. Ich geh weiter hier rein. Ähm, ich werd also mindestens einen Punkt werd ich hier jetzt noch reinsetzen. Damit wir, damit wir die zehn voll bekommen und ich drei Fokusaufladung erhalte. Und dann müssen wir mal gucken, was wir skillen. Ich glaub ich werd, ich werd, wenn ich, nachdem ich den Stream beendet habe, werd ich mir mal ein bisschen angucken, was so gute Skillungen sind, etc. Dann werd ich mich da mal ein bisschen schlau machen für, für morgen. Und dann eventuell morgen, äh, ein bisschen umskillen, bevor das Stream losgeht. Weil ich glaube ich habe mich schon gut verskillt hier. утствiert Is so schlimm, so schlimm glaube ich, ist das aber nicht, oder? Hättet ihr komplett anders geskillt? wenn ihr an meiner Stadt wäret da geht es auch noch hoch wir holen uns erstmal die die Geistesensen ich glaube ans Feuer brauche ich hier erstmal nicht gehen oder ja okay Fabio bei dir ist das auch du hast ja auch viele Skills dann gar nicht mitbekommen du hast ja auch erst später eingeschaltet du bist ja auch erst später dazu gekommen ich glaube viele Skills hast du ja auch gar nicht gesehen hier was man hier so skillen kann und machen kann wo geht es denn hier überall entlang das ist ja ein Labyrinth hier okay hier kann ich auch noch runter what the hell was ist das denn für ein Wirbelsturm hier da unten haben wir hier meditiert hier ist noch ein Kraut hier kommen wir auch noch runter ich sehe da unten einen Frosch hier unten können wir auch noch längs gehen und komplett da oben und ich denke mal da hinten durchs Tor das wird unser Ziel sein ich glaube da müssen wir weiter das heißt wir werden uns erstmal hier oben umschauen also es ist schon ziemlich groß muss ich sagen das ist jetzt nicht so dass es hier nur irgendwie ein klein kleine schlauchige Level sind ich finde die Level schon schon recht groß muss ich sagen sie sind trotzdem sie sind trotzdem recht schlauchig gehalten aber man hat trotzdem man hat trotzdem viel zu erkunden eieiei da habe ich ihnen die Zähne ausgeschlagen was was das denn wieder für einer nein das ist ein großer warte wo ist der Magier wo ist der Magier oh nein das ist auch ein großer oh Gott da sind so viele große nee nee warte mal warte mal ach so ich werde gerade angeriffen ich will es dir nur sagen bei mir da oben geht es richtig ab blow Haus ha 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 in dem Hintergrund werde ich voll verpügelt die ganze Zeit warte mal was so ist ja es noch gegen uns ein oder was oh gott ich mach kaum schaden daneben okay warte mal warte mal okay ach so tschuldigung ich wollte dich stören wo ist eine andere acht da oben den krieg ich aber nicht ja ich wollte gerade weg wollte gerade weg achso ich habe eine leeren kurve ich habe nichts mehr zu trinken ist leer das problem ist der kleine ist ja auch noch da ne wir erkunden erstmal weiter wir sind ja nur aus versehen dort rein spaziert gerade ähm okay ist aber nicht ganz so ätzend wie wie die waren doch deutlich ätzender die gehen ja noch der kleine macht ja tatsächlich nicht so viel als als mit äh stein umherwerfen okay ich glaube von hier oben ah von hier oben kommen wir was gibt es hier denn noch so oh ach nein au ich bin aber ich bin ich bin vergiftet gut bevor wir gleich zum zum boss gehen werde ich sowieso noch mal ähm vorher noch mal an den schrein gehen und dann einfach zum boss wieder zum boss wieder durchlaufen zum boss wieder durchlaufen ja sammeln hallo sammeln was wo kommst du da der äh so ich bin nochmal schlafen muss morgen wieder früh raus viel Erfolg noch ja vielen Dank dann dir eine gute nacht ja da oben ist noch ein Scharfschütze ein Scharfschütze ein Bogenschütze dann dir eine wunderschöne Nachtruhe liebe Can und ja dann bis morgen morgen geht es hier natürlich mit Wukong weiter selbst natürlich selbst natürlich ich hoffe dass es mir morgen dann auch ein bisschen besser geht und ich hier nicht die ganze Zeit mit mit ähm mit Kopfschmerzen spielen muss das wäre schon ganz schön kann ich hier oben eigentlich weiter ja da ist eine Brücke ich gehe da oben mal längs ich gehe oben weiter die 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 ein Schiebrüti ok da vorne sehe ich auch nochmal so ein Fungus wieder oh wow das sind echt viele wie soll ich die denn wie soll ich die denn töten ich habe keine Ahnung wie ich Fernangriffe machen kann oder so ich habe nichts womit ich irgendwie in die Ferne schießen kann ok ich kann hier auch gar nichts machen ähm ok ich lauf hier mal weiter weil ich kann hier tatsächlich überhaupt nichts machen uiuiui uiuiuiui Ah hier ist oben ok da sind wir vorher unten ähm unten entlang gelaufen hier war doch irgendwo ein Pils ja hier ok Pilzi, Pilzi, Linkzi, Longzi, äh, geschnappt. So, wir gucken aber direkt, was hier oben jetzt ist. Ich glaube, wir machen hier oben erstmal, ach, so, okay. Komm von hier. Kann ich hier durch? Ach, schade. Okay, ich glaube, da können wir nicht längs, ne? Ich würde gerne von der anderen Seite dort reingehen. Okay, sieht nicht danach aus. Nee. Das sieht nicht danach aus. Okay, wir müssen hier entlang gehen. Mach dich kaputt. Das Ding ist, wenn ich da durch das Boss-Tor durchlaufe, ich glaube, die kommen nicht hinterher. Ah, da oben stehen auch überall Viecher, ne? Okay, ich laufe einmal durch. Kann ich mir gleich angucken? Ich laufe hier jetzt einmal durch und mache jetzt mal die Bogenschützen da oben. Ja. Nee. Ach, da oben auf dem Dach ist auch noch einer. Hey, ja, ja. Okay, warte, ich brauche Ausdauer. Okay, ansonsten ist hier oben, glaube ich, keiner mehr. Ich werde das hier oben erstmal alles erkunden. Dann können wir runtergehen, die Viecher da einmal besiegen und dann muss ich sowieso zurück. Also, wir müssen... Das ist ein Doppelkopf. Wo kommt er denn jetzt her? Ja. Ja. Alter. Junge, 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 Junge. Ich weiß nicht, Junge, Junge. Ich weiß nicht, Junge, Junge. der ist ja richtig böse was okay aber er ist tot dafür habe ich keine heilung mehr hier ist auch nichts ah hier ist eine Truhe oh dahinter war auch noch irgendwas oh oh sehr schön da können wir glaube ich da können wir jetzt tatsächlich sparen und und die Waffe dann äh die nächste upgraden geht auf eine Jadeblume ich glaube 8000 Punkte brauchen wir da ne 8000 Geistesensen um unsere Waffe nochmal zu upgraden das würde ich eigentlich wirklich schnellstmöglich machen wollen ja alter was wo kommst du denn her Junge 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 kommt der hier auf einmal zugestürmt das ist ja frech sehr freche Gegner hier muss ich sagen sehr sehr freche Gegner okay die holen wir uns mal wie viel gibt es 540 unsere Gesundheit sieht nicht mehr gut aus aber wir können uns wieder heilen wodurch bekommen wir die Heilung eigentlich wieder hier füllt sich die nach einer Zeit automatisch wieder auf oder fühlt sich die wieder auf wenn wir ähm wenn wir Gegner besiegen warum auf den Däch die sind wieder auf den Dächern achso oh was ich hab den grad gekillt den zweiköpfigen ein vanguard of his he's staying upon our king has lost his way escape was the only choice the two heads are the best fighters now they are hunters of their own king we have star fighting here let's get out and get this over with why are you still here don't put me in danger patience there patience we die patience there patience there patience okay müssen wir müssen beide denn töten anscheinend so wie krieg ich den da oben jetzt wieder ne ach ja genau wo kommt er denn hier unten okay was war das denn für ne Nummer ja das ist natürlich unglücklich da unten ist noch ein Zauberer da unten ist noch ein Zauberer wo ist er denn da okay wird noch mal ne Heilung nehmen den können wir glaube ich töten noch ein paar auch ein paar Geistesensen okay hier im Haus noch irgendwas können wir hier überhaupt rein ich glaube wir können uns den Zweikopf da gleich mal annehmen und dann wieder zurück gehen wir mal gucken was passiert ich sammle hier erstmal ein roten Geistesensen ein ihr trifft mich sowieso nicht ihr Schweine sind das zwei oder ist das nur ein so ein Zweikopf macht er da ich bin hier guten Tag hier bin ich oh er ist stuck oh Gott das zündet ja doch gleich alles an hier der macht doch hier so einen Feuerschlag und dann explodiert ja alles oder okay der ist tatsächlich stuck ja ich wusste es ich hab's ich hab's gewusst okay ich werde hier mal ich werde mal versuchen vielleicht kriege ich ihn von hier dann kann ich ihn ganz leicht schießen oh ich kann ihn tatsächlich schießen trifft er mich auch okay er trifft mich auch ja er trifft mich auch okay ich werde ihn draußen machen ja hey 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 Du mich auch, ey. Du mich auch. So, okay. Der ist Geschichte. Gott sei Dank ist der Geschichte. Ich sehe da vorne noch eine Blume. Die holen wir uns nochmal schnell. Und dann gehen wir jetzt zurück zum anderen Haus. Mal sehen, was er denn zu sagen hat. Dann werden wir zurück zum Schreien müssen. Und dann können wir auch den Boss besiegen. Beziehungsweise versuchen. Wobei der ging. Der ging auch. Ich muss mal gucken, wie die andere Ratte so funktioniert. Warte mal. Ich guck mal kurz hier aufs Dach. Ich kann auch hier über die Dächer klettern, oder? Dann, genau. Das ging doch ganz gut. Komm, nehmen wir den auch direkt mit hier. Was ist denn hier? Bin ich jetzt auf der anderen Seite? Oh, ich bin tatsächlich... Ja, ich bin... Oh Gott, da vorne ist ja auch so ein großer Gegner. Und dort... Was war das denn? Boah, da vorne ist auch noch irgendeiner. Und was ist das für ein Vieh? Nee, 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 nee. Das kann ich jetzt nicht machen. Dafür... Ich hab keine Heilung mehr. Ich hab gar nichts. Ich hab kein Mana. Ich hab keine Heilung. Das ist mir alles zu riskant. Ich geh jetzt sofort zum Gebäude hier. Ich hab ja die beiden Typen hier besiegt. Okay. Okay. Okay, ein Prinzen. Okay. ok zum dritten mal entschuldigt der typ sagt nichts mehr ist vielleicht auch ist das hier der der prinz oder so den wir den ich da hinten sehe am schrein ich werde jetzt ist man das vieh besiegen oh man ehrt mich schon direkt oh gott was bist du denn für ein vieh um gottes willen ja danke verzögerte angriff sehr schön genau das was ich liebe ich kann mich nicht heilen oh WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, shit. Ah, ah, ah. Okay. Shit. Nein, oh Gott. Nein, oh. Viel zu früh, viel zu früh. Oh Gott, das war schlecht. Ich glaube, ich hätte den schon machen können. Okay, was hatten wir hier bisher eigentlich alles? Also wir sind jetzt hier bei Ratten. Wir hatten Schlangen. Wir hatten Skelettschlangen. Also wiederbelebte Schlangen. Wir hatten normale Schlangen. Wir hatten Wölfe. Und jetzt Ratten. Gehen wir hier das chinesische... Gehen wir hier die chinesischen Sternzeichen durch oder was? Chinesisches Horoskop, was wir hier durchgehen. Walder. Ich glaube, das hat weh, wa? Holy shit. Der stürmt gleich auf uns los, glaube ich. Oder er springt. Was? Au. Au, nein. Oh Gott. Au. 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 Also. Was ist das? Scheiße. Ja, ich komme ja gleich dazu, dir. Ei, ei, ei. Okay, wir haben aber auch wieder unsere gesamte Mana verbraucht hier, ne? Warte, ich mache den Shortcut hier mal auf. Ach so, oh Gott, ja, na klar. Warte, warum leuchtet der denn blau? Okay. Oh, nein, ey, wartet. Lass mich hier raus. Nein, 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 nein. Aber ich habe, aber ich habe den Durchgang geöffnet. Ach ja, und Frösche auch, und Frösche auch. Stimmt. Frösche haben wir auch das gesamte Dschungelbuch durch. Ja, mal gucken, da fehlen ja noch ein paar. Also der Bär war natürlich auch da mit dem Mönch, der denn Mowgli ist. Okay, warum hat denn der so blau geleuchtet? Der leuchtet schon wieder blau da vorne. Okay. Alter. Ja, Leute. Ist okay. Ja. 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 Na, da. Da, da. Da, da! Ja. Ja. wenn die so blau leuchten gibt es ein geist das unsere unser unser relikt oder was wir da bekommen haben dass wir sehen wer solche geister in sich trägt okay der war ja übel ratten schütze geister was kann die denn der macht was macht er verringert die ausdauerkosten für stabwerbel moderater ok jetzt nicht so interessant für mich das ist doch den die mir in der höhle auch schon getroffen haben oder wo wir meditieren konnten feldt binderser von der black wind mounted zu hier ein meet again right they tired me up on site for no reason joking they prepare me for their kings table net Dieser Ort schreit mit Yau-Gwai für ein Bisschen. Aber keine Angst, wenn sie mich schreiten, sie mehr schreiten können. Dieser Ort ist ein Bisschen von Rats und Katzen. Alle auf der anderen Hände. Und die Wiener Wind sage bleibt. Wie wunderschön. Wer würde fehlte zu einer solchen König? Lass mich haste und gehen. Keine Ahnung, wie dieser. ich dachte ich dachte ich könnte ich jetzt befreien und dann gibt du mir ein schönes guti oder so das ist ja langweilig ja mal gucken ich mache jetzt schon ein bisschen mehr schaden das tut auch weh ich weiß wieder mit seinen steinchen du schmeißt deinen eigenen typen ab oh das was du kannst kann ich auch ich dachte er macht hier wieder so schlag jetzt kommen wir jetzt kommen wir oh shit Okay, warte mal, hä? Aber ihn muss ich doch jetzt auch bekämpfen, oder nicht? Hätt's den Erfolg gegeben, wenn ich ihn zuerst bekämpft hätte, den kleinen? Die kleine Ratte? Ach, er ist schon wieder, der Rocker. Der kopflose Rocker. Ich find ihn super. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das denn für eine Statue? Vielen Dank. nicht genug nicht genug grimmigkeit nicht genug grimmigkeit auf stein eifer des tigers ok was auch immer so hier komme ich durch das tor komme ich wahrscheinlich nicht da sind wir noch zu schwach was ist das denn hier kann ich das zerstören ok auf jeden Fall eine Brücke dorthin ich habe hier vorne aber einen Schrein gesehen deswegen werde ich jetzt erstmal zum Schrein gehen ok da ist auch noch eine Höhle da vorne sehe ich auch ein Kraut Pudi danke alles gut ne also jetzt wo ich wo ich tatsächlich ein bisschen dann auch meine Waffe hier geabdeutert habe da ging das tatsächlich ganz gut wie gesagt ich werde hier jetzt keine großen Experimente mit den Tränken etc machen deswegen werde ich noch nichts brauen das werde ich denn alles morgen machen wenn ich auch nachgeguckt habe ähm was so für Skillung gibt ach Gott ist wieder solche komische Ratte hier solche Bogenschützenratte ok wird es hier weiter gehen geht es hier weiter oder ist hier eine Sackgasse ok was ist das für eine Tür ok die will ich gerade noch nicht öffnen ich habe ein ungutes Gefühl die ist nein Katz ihn achso er ok mach keinen zu oh ne was oh Gott ist das hässlich erster Prinz der fließende in Sande oh oh Gott warum ich habe doch gerade erst den Kuss gesehen ich bleibe erst mal hier oben nö 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 n aufräumt, ehrlich gesagt. Aber der läuft nur da unten rum, ne? Okay, der läuft nur da unten rum. Wie komme ich denn hier hinter? Was ist das für eine Tür? Ich mache mal die Tür auf. Scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Okay, ich mache doch nicht die Tür auf. Oh, nee, wenn ich da runtergehe. Aber der sieht mich ja nicht, ne? Ich gehe direkt hier entlang. Nö, 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 nö. Oh, Weinwurm. Mit dem Weinwurm konnte ich doch wieder unser Getränk hier verbessern, oder? War das nicht so? Habe ich nicht irgendwo eine Kiste gesehen gerade? Mit dir? Oh Gott, das ist viel zu verwinkelt hier. Feuer Glockenblume. Ih. Ih, was spuckt der hier auf mich? Ih, was wird hier auf mich gerotzt? Ach. Was sind hier denn? Was haben wir denn für Flücher? Okay, da unten ist schon die Ratte, ne? Ei, ei, ei. Ich muss erst mal ich muss erst mal die Fiecher hier lehnen. Sonst werden die mich tierisch nerven. Bevor ich hier überhaupt was mache. Hat mich hier eben nicht noch eine Kiste gesehen? Okay, ne, bevor ich da reingehe. Ne, ne, ne. Äh, da geh ich, da geh ich noch nicht rein. Ich hab da ein bisschen Schiss, dass wir danach nicht mehr wieder rauskommen. Äh. Geh aber mal äh, weiter hier oben lang. Ich, ich will noch nicht zur Ratte. Nein, ich komm hier nicht längst. Okay, wir gehen zur Ratte. Bye. Nein, wir gehen nicht zur Ratte. Hat dich hier nicht eben eine Kiste gesehen? Bin ich blind? Oder war das nur das Schimmern von, von dem Teil? Ne, okay. Komm, wir gehen zur Ratte. Nein, wir gehen zur Ratte. Ach Gott, na klar. Was bist du denn, Vampir? Okay, auf. Auf. Oh. Shit. Au. Der hat auf jeden Fall einen Geist in sich wieder. Okay, und zwei Punkte. Plus ein Geist. Das Problem ist ja, wie er seine Heilung verbraucht. Einen Geist-Scan haben wir auch noch bekommen. Sehr schön. Gut, dass Eisens stehst. Flinke Fledermaus. Was machst du denn? Die flinke Fledermaus erhöht die Ausdauerwiederherstellung moderat. Okay. Also ich glaube, wir können tatsächlich... Ich werde mal gucken, ob sich das lohnt, irgendwie komplett auf Crit zu gehen. Oh krass, wenn wir den nicht ausgerüstet haben, ne? Dann verlieren wir 20 Rüstung. Ui, das ist schon ganz schön viel. Er gibt halt nur plus 3% Crit. Aber muss man, muss man mal gucken. Den muss man natürlich dann auch leveln. Was heißt eigentlich ganz oben links diese, diese drei? Was können wir denn da mitmachen? Achso, das sind die drei Geistpunkte. Klingt logisch. Ein leichter Angriff beim Durchschauen des Gegners löst eine leichte Angriffskombo ab der dritten Aktion aus. Okay, das heißt aber, dass ich tatsächlich in der Angriffskombo die schweren Angriffe mit einbauen muss. Aber was haben wir denn hier noch? Jede Talentstufe erhöht den Schaden durch aufgeladene schwere Angriffe leicht. Okay, das ist schon mal sehr gut. Jede Talent erhöht die Aufladegeschwindigkeit, alle Haltungen leicht. Das ist eigentlich auch ganz cool. Schwere Angriffe, die Fokuspunkte kosten, fügen dem Gegner basierend auf dessen verbleibenden Leben zusätzlich den Schaden zu. Das klingt alles ganz gut. Okay, ich mache jetzt mal das. Weil das kann ich, das kann ich definitiv einmal skillen. Und dann verringern wir nochmal die... Ob der Prinz Seelen klaut? Ne, hoffentlich nicht. Also die haben dir auf jeden Fall ein geiles Spiel gemacht. Mega gut und nice zum Zugucken. Ja, 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 auf jeden Fall. Also gefällt mir auch unglaublich gut das Spiel. Gefällt mir wirklich unglaublich gut. Ja, komm. Ich werde mich morgen wahrscheinlich sowieso umskillen müssen. Garantiert. Okay, ist auch eine Zutat. Ja. Ich lese das nicht mehr vor. Die Reime sind ja sowieso ein bisschen... Naja, egal. Okay, aber ich glaube... Ich glaube, das war es hier, ne? Wo geht es hier weiter? Oh Gott, wo komme ich denn hier hin? Ach, du Heiliger. Okay, nee, nee. Wir müssen... Wir müssen den Prinzen besiegen. Mal schauen, wir schauen, ob wir es jetzt schaffen. Aber wir haben wieder volle Heilung auf jeden Fall. Oh, wir gehen direkt aufs Fressbrett hier. Scheiße. Den hat er gerade gekontert. Okay. Oh, er macht auch solche Body-Slam-Attacken. Achso, mit dem Schwanz auch noch. Okay. Oh, Ruckel. Oh, nein. Nein. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ganz ruhig, Brauder, ganz ruhig. Zu viel, zu viel, zu viel. Ich habe ein Goldstück. Oh, okay, wichtige Gegenstände sogar. Oh, das war der Prinz. Ach Gott, Leute, ey. Es ist zu spät für den Scheiß. Es ist wirklich zu spät für den Scheiß. Okay, das Ding ist jetzt, gehen wir hier jetzt weiter. Ach, Pudding. Das Ding ist ja jetzt, also, gehen wir hier jetzt weiter oder weiter? Gucken wir mal, ich gehe mal hier lang. Oh, ein Blümchen. Wir sind ja Blümchenpflücker. Tempel des lauernden Tigers. Okay. Okay, da vorne ist ein Schrein. Ich werde den Schrein, ähm, ich werde den Schrein mal betätigen, aber, ähm, aber zurückreisen. Weil, oh Gott, ich habe, ich habe gerade keine Ahnung, wie es weitergeht, ne? Also, ob wir hier jetzt längs gehen müssen oder ob wir durch die, ähm, ob wir durch die Schlucht müssen. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. Okay, wir gehen hier, ui, 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 ui. Okay, ähm, ein, ein Schlacht, ein Schlachtfest. Ah, das Bankett ist eröffnet, liebe Leute. Das Bankett ist eröffnet. Okay, sehr lecker. Ich warte. Uh, meditieren. Wir können meditieren. Ja, steckt den Stab wieder ins Ohr. Ist okay. Oh Gott, das Spiel ist genial. Aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es, ähm, stellenweise doch so schwer sein sollte. Weil es ja die ganze Zeit von Anfang an hieß, dass es eher ein Souls-Light-Titel ist. Also wirklich, ähm, absolut nicht die Schwierigkeit entspricht wie ein normales Souls-Light-Titel. Aber das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Also besonders der Bär. Dieser Bären-Boss. Der war ich, der war ich ganz böse. Der war ich richtig böse. So, die anderen Bosse, die gingen teilweise. Der erste, der erste Buddha-Kopf, der blaue, der war auch ein bisschen ungemütlich. Aber da war ich doch noch nicht so im Spiel drin. Ähm, deswegen war der Golden Buddha, deswegen war der Golden Buddha tatsächlich auch gar nicht so, ähm, so schwierig. Da bin ich, ich glaube, zweimal gestorben nur. Ähm, aber, aber dieser Bär, meine Güte. Der Bär war ja eine ganz ungemütliche Nummer. Aber ich bin ganz ähnlich mit euch. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, ähm, ach so. Ach ja, natürlich von einem Boss zum nächsten. Was ist er denn jetzt? Das ist Bagheera. Ach nee, Bagheera war der, der Panzer, ne? Äh, Kar. Ich glaube, Kar hieß er doch, ne? Der, der Tiger aus dem Dschungelbuch. Oder war Kar die Schlange? Ich mach wenigstens ein bisschen Schaden an mir, ne? Ich mach mich, ich mach mich, ich mach mich. Oh, wow. Komm, fang Feuer, fang Feuer. Warte, was? Oh, ey. Ich muss nicht. Oh, Gottes Willen. Der macht aber auch Aua. Nein. Ich wollte mich gerade heilen, aber da hat er jetzt noch so einen Rundschlag, Rundumschlag hinten drangehängt. Ah, wo kam der denn jetzt her? Ich dachte, er war fertig mit seiner Kombo. Oh, Gott. Nein. 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 Oh, Gott. Keine Sekunde Zeit zum Heilen hier, ey. Ah, mein Daumen. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah. Das ist ja ein Sulz Light Game, ja. Absolut, Searcher, absolut. Nein. Oh, Gott. Das wird, das wird eine ganz knappe Nummer werden. Ja, ja. Oh, bitte keine zweite Phase. Bitte, nein, bitte nicht. Okay. Ah, er schon wieder. Das ist ja, ich bin. Das ist ja, das ist ja, das ist ja so. Das ist dein Körper perfekt für die Art von Rock-Solid. okay felsenfest verhärte den körper wie ein fels um eingehende abgriffe abzublocken jetzt haben wir die fähigkeit vom tiger erlernt und wieder an jao guai kehran zweimal eifer des tigers wichtige gegenstände da vorne ist wieder solche statua das geht ja tatsächlich noch weiter hier geht es aber zum gipfel des berges hier ist der werbelsturm ich weiß ich weiß natürlich nicht ich bin hier echt zwiegespalten gerade ich stecke hier gerade wirklich im zwiespalt weil es hieß ja wir sollen den berg erklimmen und das sieht mir sehr danach aus dass wir genau hier auch dahin kommen ich werde ich werde glaube ich als nächstes den den pfad begehen was bringt das so ff k sch wie f ja 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 ich habe wieder nicht genug grimmigkeit okay wie gesagt ich werde ich hier ich werde ich hier tatsächlich den weg nicht weitergehen sondern werde erst mal den an der anderen Bergwipfelpfad weitergehen die stein klippen und mal gucken was wir dort denn finden werden weil ich denke mal dort wird es nämlich auch ein paar bosse geben und ein paar elite die wir hier ist hier ist der tempel eingang das müsste der punkt gewesen sein ne wo wir dann über die brücke gehen konnten um um zum steinfahr zu kommen so und hier diese wand die kann man einschlagen anscheinend die kann man anscheinend einschlagen ähm und das werden wir jetzt machen und zwar oh hab ich sogar richtig getroffen okay gut holy shit das war glück ähm sonst hätten wir ja okay mal schauen was sich dahinter verbirgt keine ahnung ja das habe ich halt gestern zufällig gesehen beim als ich mir die boss fight so angeschaut habe die wir halt schon gemacht haben da habe ich halt zufällig gesehen dass die ähm dass der rattenprinz gegen die mauer gelaufen ist gegen die mauer gecharged ist und da so ein stück rausgebrochen hat und er denn äh gerade dabei war rein zu gehen in dem moment habe ich dann halt ähm äh geskippt und den nächsten mir den nächsten boss angeschaut von daher mal schauen was sich hier verbirgt der lungen schuppen wichtige gegenstände okay der glory fades through time in tombs of somber okay okay äh ja was haben wir denn da gerade gefunden richtigen gegenstand das uralte lungenschuppen werden bisweilen von flackernden blitzen durchzogen sie scheinen nach ihrem früheren besitzern zu rufen der glanz der talente verblasst in einer unruhigen welt okay okay ich habe keine ahnung was was man mit den gegenständen generell macht weiß ich sowieso nicht aber ansonsten ist hier auch nichts oder aber jetzt nur die eigene truhe hier die 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 Es gibt einen Daumen. Okay, wir können hier was triggern. Ah doch, an dem Wasserfall waren wir schon mal. Konnten wir vorher an dem Wasserfall was untersuchen? Nee, oder? Aber hier waren wir schon mal, definitiv. Wow, okay. Okay, cool. Also ich weiß ganz genau, dass wir hier schon waren. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas triggern konnten. Und es ist auch nicht das, wonach ich gesucht hatte. Das war denn doch ein anderer Speicherpunkt, ein anderer Schrein, wo wir hin mussten. Ich bin gerade zum falschen Schrein gereist. Das ist gerade reiner Zufall, dass ich das hier entdeckt habe. Aber warum konnten wir das denn jetzt triggern mit dem Wasserfall? Was haben wir getan? Wo zum Teufel sind wir denn jetzt? Ja. Genau. Schmeiß mich einfach in ein Bossfight. Ja. Okay. Ähm, guten Tag. Ey, du siehst cool aus. Ein cooler Drache. Au. Au. Okay. Okay. Oh, 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 ich muss mich halten, ich muss mich halten. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. OK. Ah, ich will, ich will seine Winger dann zerstören. was zum teufel ich meine die kommen hier rein scheiße guten abend pudding herzlich willkommen nein kann seine dinge da oben irgendwie nicht kann man die überhaupt zerstören wahrscheinlich nicht oder scheiße sind wir nicht weggelaufen ich hab mein ganzes ding hier ver- ach scheiße verdammt ja pudding herzlich willkommen mein lieber herzlich willkommen ach so du meinst dass wir wegen den wegen den ah okay das kann natürlich sein okay wir werden direkt hier wieder gespawnt okay wir spawnen wir spawnen wieder direkt hier das ist ja super praktisch okay das ist ja sehr gut masu herzlich willkommen mein lieber ja direkt aufs stress gerät ja 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 ich hätte mich mal doch heilen sollen okay ich muss ich muss ihn dann von der anderen seite angreifen alles klar das macht ja richtig schaden okay ich habe mich schon gefragt warum ich die dinger nicht zerstören konnte oder nicht getroffen habe also kann man die doch zerstören okay gut sind zwei tode ja sind zwei tode aber ihr wollt ja ihr wollt ja kein counter machen also mir ist das egal mir ist das egal mir ist das egal mir ist das egal es ist当 der wir können die 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 Oh, Säbeck, Säbeck. Oh, fuck him. Ich gehe jetzt mal weg. Ah, ich wollte gerade sagen, der macht hier doch gleich Heckmeck, oder nicht? Ja, 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 ja. Okay, die, die Stein, äh, die Steinhaut ist wirklich richtig gut, merke ich gerade. Die ist richtig geil. Voll. Ah, aber den konnte man auch gut exposen haben mit, äh, mit dem Rücken, ne? Das war, das war ganz gut. Danke, Seike, danke. Warte mal, warum? Okay, perfekt. Und ne Truhe haben, haben wir hier auch noch. Ein Donnerschweif. Auch Materialien. Roshan Räuchergefäß. Raritäten. Ah, Raritäten sind glaube ich unsere, unsere Dinger, ne? Ich hab da nämlich... Stimmt, ich hab noch Raritäten, hab ich auch noch gefunden. Unsere Waffe. Holy Shit. 70 Angriff. Angriff. Das sind direkt 20 Angriff mehr als jetzt. Und die sieht cool aus, der Stab sieht cool aus mit dem Drachen da vorne dran. Aber was brauchen wir denn da noch? 21.000 Geistessense. Ja, danke. Veredelter Eisensand. 0 von 4. Und Fragezeichen. Okay. Okay, werden wir wahrscheinlich jetzt sehr viel später bekommen oder so. Nice. Äh, dieser Longschweif, deren unbewegten... Ach, das ist der Donnerschweif, den wir für die Waffe brauchen. Okay. Und wir haben hier noch eine Ausrüstung. Ähm, genau. Ich hab im Laden, ähm, als ich vor, äh, vorhin geguckt hatte wegen Skills et cetera, da hab ich im Laden, äh, seinen, seinen Rückenkratzer gefunden. Von dem... Ein Typ wieder, den, den Rückenkratzer. Erhöht maximale Ausdauer beträchtlich. Ähm, das find ich, das find ich natürlich extrem, 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 extrem gut. Ähm, verleiht beträchtliche Schadensreduktion, wenn alle Gurtenfüllungen verbraucht sind. Ist auch nicht schlecht, ne? Das andere sind... Ja, ich weiß jetzt nicht, erhöht Verteidigung moderat. Ähm, was, was macht es besser? 14 Verteidigung non-stop oder eine beträchtliche Schadensreduzierung, wenn alle Gurtenfüllungen verbraucht sind. Ich nehm, ich... Ich nehm mal das rein mit den, mit den Gurtenfüllungen. Äh, die verbrauchen wir eigentlich immer. Okay, krass. Was für ein geiler Bossfight. So, ja, das sieht gut aus. Weil, ähm, ich hatte, ich hatte... Falls ihr euch erinnert, als wir hier bei diesen Schlangen waren, ne, mit dem Fluss, hatte ich ja schon gesagt, okay, da unten könnten wir auch noch weiter gehen. Und das hatte ich dann vergessen. Und hier soll anscheinend ein Boss sein. Okay, hier sind auf jeden Fall Frösche. Wird hier ein Froschboss sein, oder was? Oh, da vorne seh ich ihn ja schon. Okay. Es ist ein Froschboss. Noch einer. Wir hatten noch... Wir hatten doch schon einen Froschboss. Oha! Ja, alles klar. Okay. Okay. Ja, okay, der war easy. Okay. Da hatten wir... Da waren wir schon ein bisschen überlevelt, wa? Den hab ich grad richtig zerlegt. Uiuiui. Oh, wir haben sogar einen Geist von ihm bekommen. Okay, cool. Noch einen Geist. Aber wie gesagt, ich werde, ähm, erstmal die anderen Geister... Äh, den... Besonders den anderen Geist hier leveln. Diesen Erdwurm, oder wie der heißt. Okay. Wo kommen wir hier denn noch hin? Oha. Sind doch mal... Nochmal Sensen. Wo kommen wir hier denn jetzt noch ganz hin? Also wir entdecken hier grad noch Gegenden aus dem ersten Kapitel, die wir noch gar nicht kennen. Ah, da unten waren wir aber schon. Okay. Ja ne, da müssen wir ja nicht nochmal hin. Ähm... Dann lauf ich mal wieder zurück. So, wir gehen jetzt zu diesem Bergkamm. Genau da wollten wir... Ach, meine Güte. Das ist wieder so ein... Das ist ein Ginseng-Monster. Das ist ein Ginseng-Monster. Bam. Hm, hab ich... Ne, ganz gut gemacht gerade. 166. Nett. Sagt mir auf jeden Fall Bescheid, liebe Chan, wenn ihr da einen schönen Namen euch ausgedacht habt. Ach komm, den machen wir auch wieder. Okay, er hat mich... Schade. Er hat mich leider getrocknet. Hä? Warum? Ja. Oh, Seide. Sehr schön. Hat er schon. Ah, okay. An was hat er denn gedacht? Ah, das ist doch wieder so ein Spucker da oben, oder? Wieder so ein ekliger Spucker. Ja. Ja. Keine Ahnung, was das für Viecher sind. Aber... Hä? Was war das denn? Was war das denn? Wer betet hier? Was ist denn hier los? Ach so. Wollt er... Wollt er... Warum die C? Das ist doch nur ein Internet-Name. Möchtest du den nicht im Chat schreiben, oder? Ich bin grad verwirrt, Chan. Oh wow, das ist auch ziemlich offen hier gerade wieder, ne? Ah. Oh, der Saugapfel. Ja. Sturmwind-Versteck. Oh, ich kann sogar wieder verkaufen. Okay, sehr schön. Ah, wir kommen da 21.000 langsam näher. Naja. Okay, das heißt, ähm... Ja, ich geh erstmal hier entlang. Was? Wo kommst du denn her? Okay. Okay. Ja, okay. Den da oben, den... kann ich schlecht... kann ich schlecht besiegen, ne? Okay. Ist hier wieder so ein Ding, dass man einschlagen kann, oder? Ne. Okay. Hehehe. Ein Versuch war es wert. Okay, ich komm hier aber auf mich hoch. Okay. Ähm, ich lauf da einfach mal weiter. Und sammel... friedlich mein... Nein! Nur so ein Gegensinn-Opfer hier. Ah, weg. Ich will hier nicht sein. Parsi. Okay. Ah, weg. Ich will hier nicht sein. Parsi. Ah, hier ist wieder so ein Butterkopf, ne? Den wir einsammeln können. Okay. Was ist das denn? Ja, okay. Aua. Ah, okay. Boah. Was? Alter. Wo kommt der denn jetzt her? Holy shit. Ach so. Die macht jetzt einen auf Karate-Kit, oder was? Was sind das denn wir? Was sind das denn für Viecher? Holy shit. Okay. Das heißt, wenn wir seine Augen hier entfernen, dann hört er auch auf zu singen. Nochmal. Oder Saukapfel. Hm. Okay. Da geht es noch lang, hier geht es noch weiter Uiuiui, das ist wieder Das ist wieder recht groß hier Mal gucken, da oben sehe ich schon wieder so einen Spucker Ach so eine Ich mache jetzt mal den Spucker hier Okay, warte mal, warte, warte bitte Ja, alles klar Ich mache jetzt noch ojojoj okay pass ihn, muss ich mir muss ich mir denn erstmal merken ist das aus dem Star-Wars-Universum? ah, danke, falscher Knopf wir haben hier wieder ein Schwein vorne wieder irgendwelche Spucker okay, bevor ich hier weiter gehe ach so, okay ach, hier ist auch wieder so ein Butterkopf wo haben wir ja auch noch ojojoj das ist ähm ojoj ojoj das war so von Parsifal okay selbst Parsifal sagt mir grad gar nichts hehehe wird so eingebildet okay 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 ojoj 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 das ist auf jeden Fall ne Truhe sehr wichtig Truhen sind immer wichtig ojoj okay okay dann hätten wir da alles ab gedeckt hehehe bin das sehr favoritiert muss ich sagen okay dann war ich da unten dann dann kann ich ja weiter dann geht's weiter hier ist der Schrein da hab ich ihm den Arsch versohlt da hab ich ihn den hinter versohlt ach so ach so boah die sind halt vorbei ne die sind halt vorbei ne boah alle zusammen wenn schon denn schon au wo komm ich denn jetzt zu dem okay du hinnert du hinnert du hinnert okay da geht das auch noch weiter da sind ganz viele ganz viele Häuschen wo geht's denn hier entlang hier ist ne fette Schluck und ne Truhe okay perfekt ich hab erst an Dumbledore gedacht aber der heißt ja Parzival 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 ok ja 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 ich ich hab ich hab immer noch keine Ahnung aber ok hast du mir ja hast du mir ja einen Discord erklärt anscheinend werde ich mir dann nach dem Stream dann mal anschauen entweder kenn ich das kenn ich das tatsächlich nicht oder ich ich komm dann grad nicht drauf so ich werd mal versuchen zuerst hier direkt auf die auf die Dächer zu gehen ok oder auch nicht bäm ok wir komm ich auf die Dächer ah hier ok ich hab da auch die Truhe gesehen oh ich hab da auch schon die Truhe gesehen wo ist der andere da oben wuh jawohl kriegt man irgendwas dafür dass man hier die Outgapfel von Buddha klaut das sind wichtige Gegenstände ok nochmal Goldstücke ach so ach so ach so ich lade mal kurz auf wollte er sich echt noch mal hinlegen das gibt es doch nicht der hätte mir echt noch mal Schaden gegeben was ist denn Hinnack Pommes mit auch Apfelmus ja sehr lecker das ist das neue Trendgericht im Hause Can was ist das? das ist das neue Trendgericht im Hause In welcher Höhle? In welcher Höhle denn? Werden wir hoffentlich noch erfahren? Welche Höhle er meint? Meint er, die Höhle hier? Aber die habe ich ja schon komplett erfunden. Die Höhle hier vorne. Was eigentlich ja auch keine richtige Höhle ist. Wobei, ja doch ist schon eine Höhle. Ja, naja, okay. Nicht ganz. Aber die habe ich ja schon erkundet. Hier war der Bruder Kopf. Die spawnen, die spawnen wieder nach einer Zeit. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob er diese Höhle hier meint oder eine andere Höhle. Ich gehe mal davon aus, dass er noch eine andere Höhle meint. Weiter geht's noch, da geht's noch nach oben, ne? Geht's auch noch weiter. Geht's denn hier hin? Gott, ist alles so riesig. Irgendwas läuft hier gerade auch nicht so. Boah, Alter. Boah, das war ein... Das war ein Highkick. Nein, ich wollte mich gerade heilen. Ich war gerade dabei. Ich habe schon die ganze Zeit LB getippert. Aha. Ah, der hat einen Wocai. Okay, der hatte... Deswegen war die so stark. Okay, warte, ich brauche Ausdauer. Ah, deswegen war die so stark. Okay, und die anderen kommen nicht hinterher. Alles klar. Wir sind trotzdem vergiftet. Prunksteinerne Geister. Was ist das da vorne? Die Außerkorene nimmt die Gestalt der Prunksteinernen an. Er springt hoch und tritt dem Feind gegen die Brust. Selbst wenn der Tritt nicht trifft, fügt der folgende Aufprall auf den Boden. Feind mir in der Nähe Schaden zu. Okay. Dann kam die Karte zu denken. Huch. Erhöht den Schaden von leichten Sprungangriffen moderat. Und senkt die Aus... Und senkt die Ausdauerkosten für Sprinten. Okay, nee. Ich bin immer noch auf dem Erdwolf. Aber hier oben scheint irgend so ein Butterkopf zu sein, ne? Irgendwo dahinter scheint wieder so ein Butterkopf zu sein, den wir die Augäpfel klauen können. So, und was geht hier ab? Was? Oh. Ja. Holy shit, ey. Das ist doch kein Horror-Spiel hier, Mann. Kriege ich hier schon... Kriege ich hier einen zu viel, ey. Okay, stehen die auch auf? Die stehen auch auf, ne? Okay. Anscheinendlich. Was ist das hier für ein Stein? Sieht hier alles sehr verdächtig aus, muss ich sagen. Okay. Ich komme hier auf jeden Fall nicht weiter. Kann ich den Stein zerstören? Oh, ja. Ja, okay. Okay, ja. Okay, ich habe den Übeltäter gefunden. Für unsere Quest. Mutter der Steine. Boah, das war ein guter Crit. Ich brauche raus, da war. Boah, vielleicht zwei. Ja, genau. Au. Oh nein, falsch anvisiert. Aua. Heil dich doch! Okay, Alter. Ich konnte dem nicht ausweichen. Krass. Übel. Er hat mich einmal getroffen und der Deborah hat sich so fest gebohrt, der gerade. Ich konnte dem nicht ausweichen. Ich habe den ganzen Schaden gefressen gerade. Übel. Vielleicht war der Sparsche sogar? Ne, natürlich. Komm noch einer. Ah, noch einer. Ja, auch. Ach, scheiße. Das ist natürlich... Dr.. Oh, fuck... Ah. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Der war schon besser, der war schon besser, Psy-Gate, der Stun-Lock. Also da hätte ich den Stun-Lock tatsächlich auch machen können, um den Angriff abzubrechen. Ich hatte eben auch kurz gemerkt, dass ich auch kurz den anderen Angriff, als er den Bauchplatscher auf mich gemacht hat, kurz pariert habe. Weil ich im richtigen Moment die Steinhaut gezündet habe. Achso, ich war im ersten Hit im Stun-Lock. Ah, okay. Hatte ich gar nicht so wahrgenommen. Ja, aber deswegen konnte ich auch nicht ausweichen. Ich habe den Schaden komplett gefressen. So, nächste Abo-Gapfel. Wie viel er es hier wohl gibt? Okay, ich glaube, hier sollte ich nicht runterspringen. Soll das so? Ich habe dich doch gerade gespeit, Mann. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Ich nehme alles für euch. Okay, ich nehme alles. Ich nehme alles an, ich gebe es dir. Ich nehme alles an, ich nehme alles an. Ich nehme alles an, ich nehme alles an. Ich nehme alles an. Wenn du richtig, mach-la. Ich nehme alles an. Scheiß NPCs. Ja, gib mir, gib mir das, was du hast. Ist das wieder so ein Geist, oder was? Hat er sich das gerade wieder ins Ohr gesteckt? Was steckt er sich denn alles ins Ohr? Azurstaub, Zauber. Aus azurblauem Staub erhebt ein Felsguai sein Haupt. Der Außerkorene verwandelt sich in einen Felsguai, der immun gegen alle vier Flüche ist. Er erzeugt Macht, wenn er getroffen wird. Oh, okay. Ich kann später wieder zurückgehen und mit ihm irgendwas handeln? Was kann ich denn mit dem handeln? Okay. Man muss erstmal einen NPC verprügeln, damit man mit ihm handeln kann. So stelle ich mir Soulslag-Titel vor, lieber Psycate. Nicht anders. Die NPCs erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Scheiße. So viel Gase ein. Mehr Schaden klingt immer sehr, sehr gut. Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Was? Wo kommt er denn her? Wo kommt er denn her? Da vorne sehe ich schon wieder einen Butterkopf. Kommt der gleich wieder, wenn ich hier jetzt raste? Ich möchte schon gerne rasten. Er wird hier garantiert wieder hinter mir auftauchen, oder nicht? Oh, wir haben 24.000. 525, okay. Das ist ja wunderbar. Dann können wir ja tatsächlich mal den Geist kultivieren. Und zwar ihn hier, den Erdwolf. 1.500, das passt. Und nochmal 3.000, das passt. Das machen wir, das machen wir direkt. Kultivieren wir nochmal. Als nächstes 6.000. Nee, ist zu viel. Erhöht den Schaden auf, äh, aufgewerteter Effekt. Erhöht den Schaden dieser Fertigkeit um eine beträchtliche Menge. Oh, das hört sich aber richtig gut an. Okay, scheiß drauf. Die, die 6.000, die nehme ich. Die nehme ich mit. Okay, ich rüste den nochmal direkt aus. Zack. Zack. Oh, der ist tatsächlich weg. Ach, so am ist das gar nicht, Fabio. Das ist wieder so ein Wasserfall. Ach so. Okay. Abfett. Ob wir da auch, ähm, in den Wasserfall jetzt rein können? Wer hat da die ganze Zeit gesprochen? Wer war das? Ich gehe da mal zum Wasserfall hin oder zum Sandfall? Sieht, sieht nach einem Sandfall aus. Okay, wer bist du? Okay, Aua, Aua. Ach so. Ja. Na klar. Ja. Ja. Okay. Blut des Eisenstiers. Okay, damit kann ich ja wieder aufleveln. Oh, der hatte tatsächlich einen Geist. Ja, der hat so blau geschimmert wieder, ne? Noch einen Geist, den wir aufnehmen können. Das ist ja fantastisch. Speerskelett. Was haben wir denn denn? Ein seltener. Der Außerkorene nimmt die Gestalt des Speerskeletts an. Er wehrt mit dem Tiger-Schild ab. Er wehrt mit dem Tiger-Schild Angriffe ab und stößt Feinde zurück. Dann schlägt er wiederholt auf Feinde ein und rammt den Schild auf den Boden, um Feinde in Reichweite zu erschüttern. Ah, ist dann Schild-Charge. Ah, ist dieser Charge, den er als Ding auch gemacht hat. Was gibt der denn? Erhöht die Schadensreduktion. Klingt jetzt auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Jede Talentstil erhöht die Verteidigung moderat. Ne, wir gehen, ich gehe hier weiter in den Stab rein. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch zwei Punkte, ne? Damit wir unsere vier Fokuspunkte erhalten. Das Problem ist jetzt... Meine erste Heilung ist weg. Und wir haben ein bisschen Mana verbraucht. Aber komme ich hier... Oh, ich komme hier tatsächlich wieder rein. Okay. Cool. Kämpfen wir dann wieder gegen so einen Drachen? Haben wir denn wieder so einen Drachen-Boss hier? Jetzt so ein Sanddrache oder so? Das sieht gefährlich aus. Meine Güte. Achso, so ein Rattenvieh. Okay. Was? Oh, oh Gott. Flächenschaden. Ich mache hier viel Schaden an ihm. Oh, oh, oh. Ne, 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 ne. Ja, ich wollte rausgehen, verdammt. Achso. Jetzt haben wir mehrere Angriffe. Ja. Alter. Was ist das denn für ein Hinack? Oh, okay. Wir springen auch noch. Sieht eher aus wie so ein Schweinedrache. Mit seiner Schnauze. Wobei... Ah, ne, ja, seine... Also jetzt hier auf dem Bild sieht seine Schnauze schon eher aus wie ein Drache. Aber ich bin ja ganz froh, dass man hier direkt, ähm... Gucken. Ja, okay. Dem kann ich nicht so aufreichen, schade. Ich hatte gehofft, dass ich dem so ausreichen kann. Und dem direkt eine Breitseite geben kann, aber... Natürlich passt. Okay, okay. 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 Scheiße, wir kommen nicht raus, ne? Wir müssen... Ich muss nämlich in die Säulenhaltung reingehen. Ihr seht das schon auf dem... Auf dem Bild. Säulenhaltung nach oben ermöglicht es dem Außerkorenen, seinen Stab hinaufzuklettern und dort verbleiben, indem er schweren Angriff gedrückt hat. Währenddessen geht er Angriffen vom Boden. Je mehr Fokuspunkte er aufbaute, desto weiter klettert er hoch. Falls Gegner den Stab treffen, während der Außerkorene drauf sitzt, wird mehr Ausdauer zur Wahrung des Gleichgewichts verbraucht. Oh, scheiße. Ja, das war nicht so cool. Da habe ich meine... Da habe ich die... Da habe ich die Haut auch nicht so gut verseint. Oh, scheiße. Oh, nein, nicht so wieder. Oh, okay. Oh, scheiße. Das war mir so schön, ey genuine. Oh, meinst du... Nein. ah scheiße ich komme nicht ich komme da nicht hoch ok ich kann auch einfach hier auf den stein klettern so geht es auch ok muss ich besser agieren ja Gottes Willen, völlig falsches Timing. Oh, jezze. Oh, jezze. Nein. Ich glaube nicht, dass das das wird, aber... Achso. Lol. Ja, ich dachte, das war schon. Ich dachte, das war schon sein Finisher da gerade. Okay. Okay, der macht eindeutig zu viel Schaden. Junge, Junge, Junge. Ah. Das ist nicht mit jedem Streaming zurücksetzt, so hätte man einen besseren Überblick, wie oft du wirklich, wie oft du wirklich steppst. Ja, könnte ich, könnte ich einstellen. Aber ich wollte das extra so haben, damit ich für das gesamte Spiel eine komplette Deathline habe. Ja. Oh, das war so ein guter Versuch, verdammt. Der falscheste Moment ever, die Fähigkeit zu nutzen. Ja, jetzt geht die Zeit halt runter, ne? Die Ausdauer geht halt runter. Die da völlig verschwendet hier. Scheiße. Krieg ich noch einen Angriff hin? Ja. Okay. Scheiße, 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 nein, 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 nein. Boah, ich bin dem Angriff ausgewichen, krass. Boah, ich arriver habe. Boah, ich durfă. BegRI så, mich dur. Ich bin der Sache. Ich bin der Sage timing. Komm! Komm schon! Ja! Ja! Meine Bitte! Oh Mann, oh Mann! Uh, der war ganz schön böse, tatsächlich. Also für mich war der ganz schön böse, muss ich sagen. Der war jetzt gar nicht so ohne. Noch eine Lungenperle, okay. Eine Lungenperle. Oh, das war aber ein cooler Bossfight. Ein sehr netter Bossfight, auch wenn das schwer war für mich. Donnerknochen. Riesenmuscheln-Anhänger, okay. Wir fliegen noch überall Steine. Ich glaube, das war es auch, ne? Haben wir... Riesenmuscheln verkürzt die Abklingzeit aller Zauber leicht. Nehme ich über anderem rein. Der hat schon gut Schaden gemacht. Das waren... 200, 300, 400, 500... Also mindestens 600 bis 700 Schaden. Hat das Vieh schon gemacht. Auf Stufe 4. Das ist schon... Das ist schon ordentlich. Kann man das Vieh eigentlich... Ich glaube, das sollten wir mal in einer Kombo einsetzen, oder? Wenn ich den Boss, den Gegner gelähmt habe. Also eingefroren habe. Und dann hole ich das Vieh raus. Und zertrümmere das dann noch. Ich glaube, das macht massiven Schaden. Holy moly, ey. Oh. Boah, da wäre ich fast reingerannt. Das sieht... Das sieht ganz stark nach Bossfight aus da vorne. Das sieht ganz, ganz stark nach Bossfight aus da vorne. Hier, genau so. Das sieht nicht besser aus. Das sieht danach aus, dass wir da auch nicht mehr weiter kommen. Wir werden hier doch bestimmt irgendeinen Stein bekämpfen, oder? Oder so ein fliegendes Buddha-Gesicht oder so. Wo wir denn seine endgültigen... Seine letzten Augen... Clown werden. Steiner mit vor Ort. Okay, nicht ganz. Oh. Der wird bestimmt Feuerresistenz sein. Oh. Resistenz sein, oder? Hehehe. Achso. Hahaha. Alles klar. Okay. Ja, das ist natürlich dumm gelaufen jetzt mit meinem Kill. Ja, komm. Okay. Oh, der macht hier so gut wie gar kein Schaden an dem. Noll. Oh, das wird wieder so ein Inländer... Oh, der wird lange dauern, der Boss. Das sehe ich jetzt schon. Ah. Das sehe ich jetzt schon. Der wird länger dauern. Hahaha. Ah. Ah. Thack. Ah. 머리. Oh. Ah. Dorspr LETTER. Von. Ich penetriere seinen Hintern. Okay, die Fähigkeit wollte ich eigentlich nicht auswählen, da war ich nicht auswählen. Okay. Ganz schlechtes Timing gehabt. Ganz schlechtes Timing gehabt. Oh, das gibt es nicht. Da hat er mich echt... Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Oh wow, das ist ganz schön... Das geht ganz schön weit. Das geht ganz schön. Das ist doch nicht wahr. 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 Natürlich ist das Borea-Club. Das ist doch nicht wahr. 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 Das mache ich nicht. Aber können wir mal gucken, wie viele Seelen haben wir jetzt. 22 150. Okay, das reicht nicht. Wie viel brauchen wir denn um den jetzt zu upgraden? 9000 Holy shit Das ist viel Alter macht schon echt guten Schaden Der Junge Okay, hier werden wir Gleich erst weiter gehen Ich schau mich hier in der Boss Arena aber nochmal um Ist hier sonst gar nichts Hier durch Hier scheint es sonst echt gar nicht zu sein Oh Ah Abliefern Sind das die Bruderaugen oder was Oh, oh tatsächlich Oh Gott, warum habe ich das gemacht Ja Ja, so ein scheißverzögerter Kack Okay Okay Oh Hat er gerade gefurzt? Oh, was ist das denn? Okay Wir können das auf jeden Fall nicht mal heilen Oh, 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 oh Alter Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Ach, ist das wieder so ein verzögertes Ding? Ach, ist das wieder so ein verzögertes Ding? was habe ich denn da gerade heraufbeschworen weißt du da denkt man mal ich guck mal ein bisschen rum hier ob hier noch irgendwas ist in der boss arena betätige hier irgendwas und schon habe ich einen neuen boss sehr schön das spiel dreht ja völlig am rad okay dann verbleiben wir erstmal noch in dieser boss arena kann man das kann man das irgendwie skippen dass man nicht immer die ja okay wir können wieder ein okay So, jetzt zur anderen Seite. It's time to drink water, it's time to drink water. Ne, finde ich gar nicht. Achso. Den kriege ich, den habe ich noch nicht getimed. Okay. Achso. 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 Komm schon, komm schon. Ja. Okay. Okay. Ja, vielen Dank. Gib'n, 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 äh, oh. Gib'n Kaffee. Vielen Dank, Psycave. Hast du das mitbekommen, wie ich den Boss beschworen habe? Wir sind hier immer noch in der gleichen Arena, ne? Ich will's nur mal gesagt haben. Geh' nur zu diesem blöden, zu diesem blöden random Stein und beschwör' denn hier noch einen zweiten Boss in der gleichen Arena. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja. Okay. Ein Herz auf Stein. Ja, so fühl' ich mich auch. Emotionen des Kindes der Unsicherheit. Okay. Neun von elf. Oh, wir haben schon einige durch, ja? Ja, das wär' böse gewesen, wenn die gleichzeitig kämen. Uiuiui. Das wär' ja richtig böse gewesen. Ich werd' hier, ähm, weiterlaufen. Wer ist, was ist denn da vorne? Das sieht nach nem Händler aus, oder? Das ist kein Boss. Das ist ein Händler. Ja. Ist das ein Schwein? Das ist ein Wildschwein. Oh, ja. Entschuldigung. Ja, okay. Okay, wir müssen denen irgendwas zum Auslöchtern finden. Alter, alles klar. Oh, da können wir, da vorne können wir meditieren. Benna, das machen wir mal direkt. Dann nehm' ich auch mal einen Schluck zum Auslöchtern. Oh. Auch schon wieder ein paar Bosse hier wieder gelegt, ne? Krass. Drei Stunden im Spiel irgendwie gefühlt schon wieder... Wir haben eins... Wir haben eins... Die beiden... Die beiden Longdrachen. Den Frosch. Die beiden Steine eben. Hatten wir noch einen? Oh, vier Stück. Holy Shit. Das sind echt viele. Äh... Fünf... Fünf... Bosse, wenn ich mich nicht irre, oder? Oder hatten wir noch mehr? War nur noch einer? Zwischen? Ich glaub' fünf, ne? Ist aber echt ne coole... Ne coole Welt hier. Vorne sind auch noch irgendwelche... Irgendwelche Paläste. Mir gefällt die Welt unbeschreiblich gut, muss ich sagen. Also sie sieht nicht nur geil aus. Okay. Mir gefällt sie auch sehr gut, wie sie aufgemacht ist. Oh, das sieht auch wieder... Das sieht auch wieder nach Bossfight aus, hier vorne. Ah, es sieht alles nach Bossfight aus für mich. Ich bin schon völlig... Ich bin schon völlig Bossfight geschädigt. Okay, wo kommen... Wo kommen wir denn hier hin? Hier kommen wir gar nicht durch. Wahrscheinlich hilft er uns, hier durchzukommen, ne? Wenn wir... Wenn wir dem Wildschwein da unten irgendwas geben zum Ausnüchtern, dann hilft er uns... Hilft er uns da durchzukommen, vielleicht. Vielleicht rammt er denn das Tor auf. Und weiter geht's. Ab zum Wirbelsturm, liebe Leute. Oh, da vorne, den können wir wieder... Den können wir wieder entgeistern, hier. Ach so. Ah, hier ist ein Medikationsort, alles klar. Ohohohoho. Okay, das war's. Wer rastet, der rostet. Hatte ich auch dabei im Kopf. Ja, okay. Ach. Und zu mir sagen, ich bin alt, ne? Aber dann kommt ihr hier mit solchen Rentnersprüchen an. Oh, was haben wir denn hier? Hoch? Nee, ich will da nicht hoch. Himmlische Taiyi-Pastille, Medizin der Himmlischen. Eine wundersame Pastille, die der Königvater des Ostens auf dem Bergfang Zang erdacht hat und die das maximale Mana erhöht. Oh, sehr geil. Mehr Mana, wir brauchen mehr Mana. Okay, es geht da auf jeden Fall auch weiter. Und hier können wir meditieren. Wir meditieren erstmal. Mal sehen, wie viele Punkte wir jetzt dazu bekommen. Ich weiß halt auch nicht, wo wir hier überall noch hinkommen, ne? Weil wir haben ja auch noch den anderen Tempel mit dem Tiger, den wir gestern noch erlegt haben, bevor ich den Stream beendet habe. Da hatten wir ja noch einen Tiger-Boss, den wir erlegt haben. Aber hier geht es ja auch noch voll weiter. Holy Shit, ey. Meine Güte. Da ist alles super riesig hier. Okay, ich guck, ich guck erstmal. Vielleicht ist hier ja, vielleicht ist hier eine Sattgasse. Ne, hier geht es auf jeden Fall weiter. Nehm ich hier runter. Nehm ich hier runter. Okay, ne, hier. Ich denke mal, hier geht es auf jeden Fall weiter. Du hast eine riesige Mützekatze verpasst. Ja, einen riesigen Tiger. Der in einem... Ja. Okay. Oh Gott, das war ein halber Herzinfarkt gerade. Was zum Teufel. Alter. Da springen die mich einfach aus der Ecke an. Das war ein richtiger Soul-Slack-Moment gerade. Ach, meine Güte. Kommt er hier wieder. Okay, sonst gibt es hier nicht. Das war alles völlig umsonst hier gerade. Ja, super. Das ist ja toll. Ja, klasse. Okay. Ne, da war sie schon im Bett. Da war sie schon im Bett bei Shere Khan. Mit seinem Blutpool. Da war sie schon im Bett. Aber der war cool. Das war ein cooler... War ein cooler Boss. Yeah! Surfing! Au! Okay, nein. Ich will hier... Ich will hier nicht runterfallen. Weil... Hier gibt es doch bestimmt irgendwas einzusammeln. Jetzt ist der Wirbelstamm direkt... Ach... Der ist direkt da vorne, ne? Ich weiß halt nicht, wenn ich da jetzt... Wenn ich da runtergehe. Okay. Ich erkunde erstmal das hier oben alles. Ach, okay. Boah. 1200 Geistescents. Krass. Ah, da unten ist noch ne... Boah, da sind ja voll viele von den Viechern. Da komm ich bestimmt nicht rauf, ne? Kann ich hier rüberspringen? Wahrscheinlich nicht. Au. Au. Okay. Die lachen mich aus. Hört ihr das? Ich eröffne ganz ruhig, wo er es war. Okay. Und hier bin ich... Aua. 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 Okay. Wow. 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 Ich pfiff hier jetzt einfach durch. Ich hab hier die Tour, hab ich ja bekommen. Worüber ich hinkomme. Ah, er wieder. Ich weiß nie. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Banke Snowber göstere office. Samurai neue trupe. Easy. Ja, dieser ist advisor. Bis jetzt zumindest ansehen okay. Oder wo hat er sich die denn gerade rausgezogen? Was? Aufs Haar genau, Zauber. Der Außerkorene bläst Haare in die Luft und erzeugt Duplikate, die ihm im Kampf unterstützt. Oh, geil, das ist die Affenparty. Das ist die Affenparade. Ah, schade, das war's schon. Okay. Ist das die Abkürzung zum... Nee, schade. Ah. Können wir die anderen Masken denn in die anderen Dinger da jetzt reinpacken? weil wir haben ja jetzt tatsächlich andere Masken. Oh Gott, Alter. Wo geht das hier noch überall längs? Das ist ja voll übel. Oh, hier ist der große Wirbelsturm. Das sieht nach Endboss aus, finde ich. Ich finde, das sieht tatsächlich ein bisschen nach Endboss aus. Da will ich noch nicht hingehen. Boah, da fängt es auch direkt an zu ruckeln. Der ist super cool. Der ist super cool. Der kopflose Rocker. Den haben wir gestern schon abgefeiert. Ich werde... Ich glaube, wir haben doch noch mehr Masken, oder? Ich meine, wir haben noch mehr Masken gefunden. Waren denn die Masken? Unter wichtiger Gegenstände wahrscheinlich, ne? Ja, guck mal. Hier haben wir ja nochmal zwei Masken. Die können wir doch bestimmt auch... Grimmigkeit auf Stein, Eifer des Tigers. Okay, Eifer des Tigers weiß ich nicht, ob wir die irgendwo reinsetzen können. Aber Grimmigkeit des Steins... Äh, auch Stein können wir irgendwo reinsetzen. Ich glaube, das war ganz am Anfang der... Der Teil, ne? Warte, ich teleportiere mich da mal kurz hin. Ich würde das gerne wissen. Das würde ich nämlich gerne wissen. Und zwar... Genau. Verzweiflungstal. Ja, ja, genau. Ganz am Anfang hier von Kapitel 2 waren wir komplett mit Pfeilen bespickt und lagen... lagen gegen einen Stein gelehnt, halbtot. Und der hat uns gerettet. Und uns geheilt. Und die Pfeile weggemacht. Ah, schau an. Ist das jetzt eine Abkürzung oder wo geht's hier hin? Das ist der Turm, den wir eben auch gesehen haben, ne? Ist jetzt nur die andere Seite. Eiliger, ey. Okay, ich gehe... Sind diese Viecher hier oben nicht ganz koscher, muss ich sagen. Hier findet eine Treppe nach oben? Ah. Ah, und dann sind wir hier. Okay. Haben wir die Tür... Haben wir die Tür auch aufgemacht. Was? Der sinkt schon wieder. Okay, was ist das für ein Vieh hier? Oh, nein. Oh Gott. Warte mal, ne. Ich glaube nicht, dass ich da runter möchte. Lass mich wieder hoch, bitte. Ich glaube nicht, dass ich da runter will. Was? Ui. Okay. Keine Ahnung, wo ich hier hingehe, ne? Echt überhaupt kein Plan, wo ich hier bin. Achso, wieder die Zombies. Die Sand-Zombies. Da habe ich den gesehen. Was ist da los? Achso. Äh, was ist wo los? Äh, was meinst du schon? Wo, was, wo, wo los ist? Mit dem Wehrbesturm, meinst du? Oder? Aua. Ah, ne Truhe. Okay. Wenigstens werden wir belohnt. Achso, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der hier im Hintergrund von sich gibt. Warum der hier im Hintergrund sinkt. Aber, das werden wir, äh, das werden wir hoffentlich noch auswinden. Ja, damit hast du nicht gerechnet, was? Duftende Jadeblume Samen. Okay, was kann ich denn mit Samen machen? Wahrscheinlich einpflanzen, aber... Wo das denn? Okay, die Brücke sieht mir jetzt nicht so stabil aus. Na, okay. Okay. Schreiten wir hier so rum? Was ist das denn für einer? Oh, oh, okay. Ähm, I? Ach, ist ein kleiner Boss hier. Okay. Okay, okay. I, eklig, eklig, eklig. Ah, 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 ah. Wollte sich gerade heilen, oder? Okay. Ich habe Angst, dass der explodiert. Ja, okay. Der wollte sich gerade heilen, oder? Mit den ganzen Blutlachen da? Bestimmt. Aber ich konnte ihn... Ich konnte es vorher noch verhindern. Herr Blut, Blutäugiger Daoist. Ja. Wir sind immer noch vergiftet, sehe ich gerade. Äh. Ach, da. Der Außerkorin nimmt die Gestalt des blutäugigen Daoisten an. Er schwingt einen Stab, auf dem eine Kröte thront, deren Augen blutrot glühen. Die Angriffe werden stärker, wenn er sich in ihrem Licht befindet. Der Stab verschwindet nach einiger Zeit von allein. Mal angucken. Boah, das ist aber eine sehr lange Cast-Zeit. Holy shit. Okay. Nee. Erhöht das maximale Mana, Moderat? Ja, aber... Nee, nee, nee. In den Händen eines geschickten Gärtners kann daraus eine duftende Jadeblume wachsen. Okay, also müssen wir einen Gärtner finden wahrscheinlich. Gehe ich mal stark von aus. Äh. Vier von sechs Dingern gefunden. Oh, dann fehlt uns noch ein Gegner, den wir noch nicht gesehen haben. Drei Elite. Und noch ein paar Charaktere. Und zwei Könige-Bosse. Okay, wow. Duft-Rewe. Materialien. Okay, ich warte erstmal, bis ich mich heile. Oh, den hatten wir noch gar nicht, ne? Ja, das war natürlich schlau von mir. Das war natürlich richtig schlau von mir. Oh, Gott. Okay, ist nicht random. Okay. Guten Tag Ich möchte nicht stören, aber ich muss hier vorbei Aua Krass, die machen ja auch Vergiftung Das ist ja eklig Oh mein Tier, denn hier alle mit Vergiftung rum Okay, hier kommen wir genau wieder hier hin Perfekt Wie ich es mir gedacht habe Okay, dann, bevor wir dort runter gehen Weil ich vermute, das wird tatsächlich irgendwie so Endboss Area sein Werden wir zum Tiger gehen Mal gucken, ob wir hier jetzt schon die Maske für haben Oh ja, tatsächlich Ah, sehr schön Dann haben wir ja alle drei Alle drei vervollständig Okay, dann können wir jetzt runter Ist wahrscheinlich Cool Sieht mega eklig aus Und wir gehen hier barfuß durch Das ist auch so widerlich Okay, mal gucken, was uns hier unten erwartet Ich ahne Böses tatsächlich Oh, Zombies Okay, die stehen nicht auf Beziehungsweise sie stehen Er steht auf Okay Au Die fühlen, die fühlen keine Schmerzen anscheinend Ah, hier unten ist noch so ein Schatullending Okay, cool Ähm Maximales Leben Sehr geil Okay Wieder ein bisschen mehr Leben Was sind das denn für Viecher Oh, der hat einen Geist Der hat einen Geist Ja, komm Affenparade Oh, der Skill ist ja perfekt hier für die Ja Okay Den habe ich ja gerade ins Nirvana geschossen Ja, gerade Den habe ich ja voll ins Nirvana geprügelt Die haben sich sogar geheilt Echt? Habe ich ja nicht gesehen Ziebet-Offizier Aha Der Außerkorene nimmt die Gestalt Des Ziebet-Offiziers Äh, des Ziebet-Offiziers an Er jongliert mit Doppelklingen und schleudert sie Auf der Brust Auf die Brust des Feindes Einmal getroffen Erleitet der Feind die Qual Eines durchstoßenden Herzens Erhöht den Angriff leicht Hier ist wahrscheinlich einfach So ein Doppelklingwurf, ne? Ja, okay Der Außerkorene nimmt die Gestalt des Rattengouverneurs an Der springt mit seinem Stab hoch Und trifft Feinde mit Blitzen Die aus der Spitze hervorschießen Um Donnerstaden zuzufügen Ah, okay Aha, aber das ist schon Ganz cool eigentlich Erhöht den Donner-Schaden Moderat Weil, ähm, wenn er denn So paralysiert ist, ne? Mit dem Donner Dann machen wir ja, ähm Erhöhten Schaden an den Gegner Solange er, solange er den Donner hat Aber ich find die, ähm Dieses Ding Charge-Ding Echt mega, mega krass Zumal der Boss dadurch Auch kurz ins Taumeln kommt Was mir auch wieder mehr Zeit gibt Dann auch wieder eine Kombo aufzubauen Und wieder mehr Fokus aufzubauen Also Das ist schon, äh, schon ganz geil Hier mit dem Mit dem Vieh Oh, noch eine Tür Ah, wo kommen wir denn jetzt raus? Okay, krass Hab ich gar nicht Hab ich nicht gesehen Aber okay Ich war auch ein bisschen auf, auf, ähm Mich selber hier fixiert Auf den Charakter Wir sind hier Hier vorne ist schon der Sturm Okay, das Ding ist Wo kommen wir hier hin? Was ist das denn hier? Okay, hier ist noch ein Schrein Wo kommen wir hier überall hin? Ich wollte eigentlich ganz woanders Links gehen Wir haben aber eigentlich schon gut Mana Hab ich gerade gesehen Ach, er ist schon wieder Mit seiner Oh Okay Ungeschickt Raffiniert er hier Pillen? Raffiniert er hier Pillen? Einfach gesehen Oh 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 Absurd der Langlebigkeit Eine uralt ramponierte Seite Mit der Formel für den Absurd der Langlebigkeit Erhöht nach Verwendung Das maximale Leben beträchtlich Ach ja Will ich Will ich gerade nicht kaufen Können wir später kaufen Hier ist ja direkt ein Schrein Ähm Deswegen kommen wir hier ja Ganz ganz schnell wieder hin Wenn ich genug Punkte über hab Denn Dann können wir das gerne kaufen Medizin des Sterblichen Medizin des Himmlischen Achso Das ist Medizin des Sterblichen Okay Oh Oh Damit können wir Unser maximales Leben Und Mana Und so erhöhen Oh Okay Eine schwäche Himmlische Medizin Maximales Leben Benötigt 540 Geistessensen Und die Geisteskerne Die benötigen alle Geisteskerne Ne Ja Okay Da müssen wir uns Alter Wie viele gibt es denn hier? Schockresistenz Giftresistenz Brandresistenz Alter Da können wir uns 36 Stück herstellen von Holy shit Wir können uns hier richtig upgraden Das ist ja übel Okay krass Geisteskern Kann man die Geisteskerne denn Kann man die Kann man die richtig farm? Oder gibt es nur eine begrenzte Anzahl Im gesamten Spiel? Das wäre natürlich jetzt ganz gut zu wissen Maximale Ausdauer Ratete Ausdauer Wiederherstellung Das ist natürlich auch sehr cool Desto schneller wir Ausdauer wiederherstellen Das ist auch sehr praktisch Verteidigung auch sehr gut Maximale Ausdauer Natürlich maximales Mana Und maximales Leben Ich glaube Ich werde mal Ich werde mal noch nichts machen Ich werde hier tatsächlich mal noch nichts machen Weil ich tatsächlich erstmal nachforschen möchte Ob die Dinger Farmbar sind Oder nicht Oh ein Geisteskern Okay Das ist egal Und auch Wie ich bei den Bossen abschneide Mit dem Mana Weil ich bin mir gerade nicht sicher Ob ich mehr Mehr HP oder mehr Mana Nehmen soll Weil Ausdauer ist eigentlich schon in Ordnung Das geht schon Wenn man da ein bisschen drauf achtet Dann ist das echt in Ordnung Mit der Ausdauer Aber Mehr Mana und Gesundheit Ist natürlich immer gut Oh Soll ich hier runterrutschen? Soll ich hier runterrutschen? Ich rutsche hier nicht runter Ich rutsche hier erst Ich rutsche hier erst gleich runter Ich gehe wieder Ich teleportiere mich wieder zurück Sehr sehr geil Wie der Boden denn da rauskommt Und der Blutpool da Weggeschwemmt wurde Sehr sehr geil gemacht Oh Gott Die armen Ratten Die haben ja gar nichts mehr zu melden hier Oh da vorne ist wieder Da können wir Da kriegen wir wieder Was? Ein Affe? Ich habe doch gerade einen Affen gehört Also wir sind selber ein Affe Aber Ich habe hier nicht gerade einen Affen Heute gemacht Was für ein Affentheater Kupferpille Enttränkung Mission Okay Ich dachte wir würden wieder so einen schönen Tank bekommen Womit wir unsere Ausdauer Oder so wieder hoch geht Okay hier ist der nächste Schrein Egal Egal dieser Menschboss in Kapitel 1 war ein geheimer Boss Den man nur finden kann Wenn man die drei Glocken läutet Also war doch gut Dass du das gemacht hast Ah okay Okay Ja das wusste Oh Wusste ich auch noch nicht Sehr cool Ah Nach Verwendung der Gurde Kostet der nächste Einsatz Von Felsenfest Für kurze Zeit Kein Mana Tatsächlich gar nicht so schlecht Okay Ne das wusste ich gar nicht Dass das So ein Geheimboss ist Aber Aber klingt logisch Nachdem man halt die drei Glocken läuten muss Dass das ein Geheimboss ist Werden vielleicht ein paar Leute Auch gar nicht gemacht haben Na komm Krieg ich das hin Ja Ja Da sind wieder solche Spucker hier Ah Au Achso Der Faunet ist hier einfach Wo komm ich hier denn hin Oh da vorne sehe ich Irgendeinen großen Gegner Durch die Seht ihr das auch Aber ich sehe da Ich sehe da vorne Einen größeren Gegner Wir gucken uns hier aber erst mal rum Okay Von hier komme ich nicht rein Von hier Wie viele Essenzen haben wir Wie viele Essenzen haben wir Wir haben 25.782 Also tatsächlich ein paar Wir sind gut gestopft Wir sind gut gestopft Oh wir haben alle Ne nicht alle Ein Monster fehlt uns noch Ein 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 Jaogui fehlt uns hier noch Und noch zwei Charaktere Ähm Werden sicher ein paar Werden sicher ein paar Nicht machen Soll vermutlich auch In jedem Kapitel Einer versteckt sein Ja nice Reicht für den Stab Muss nur die anderen Sachen finden Ja genau Genau Ich muss hier Äh War der das? Ne der war das nicht Der Stab Ne Den wollte ich nicht Ja wir brauchen Veredelter Eisensand Keine Ahnung Wo wir den hinbekommen Aber werden wir sicherlich Werden wir sicherlich Von irgendeinem Boss hier noch Erhalten Garantiert Garantiert Was ist das für eine Elite Da oben auf dem Dach Was? Achso Okay das war glaube ich Der letzte ne Den wir jetzt noch brauchen Ja 29 von 29 Sehr schön Imperiale Rattengarde Was ein Rattenfest hier Das schreit ja förmlich Nach Ratatouille Achso Entschuldigung Ich bin gerade über sie gestiegen Ich wollte sie nicht aufwecken Oh Alter Oh die Shit ey Das sind echt so diese Souls Momente Wenn die auf einmal Auf ein Zug rennen hier Und ich mich Und ich mich hier Halb zu Tode erschreck Ja Ja danke Ja danke Scheiße Scheiße Das war ganz gut Ein nüchternder Stein Wichtige Gegenstände Aha Da vorne sind noch mehr Ratten und so Ich habe noch ein Blume Ja Ja Erglappenblume zweimal perfekt ausgesichen da sind und hat mich hier geht es aber auch noch überall weiter meine güte ich habe echt ich glaube erstmal hier oben weiter ich glaube hier ist eine sackgasse haben wir nicht eigentlich vier fokus punkte warum haben wir eigentlich die ganze zeit nur drei vier muss ich das noch skillen oder was nee er weckt warum haben wir denn nur die ganze zeit nur drei drei auf vier der vierten fokus punkt bleibt nicht lange bestehen und sein fokus verfällt mit der zeit ach so okay so ist das okay dann weiß ich bescheid ein übel riechender stein perfekt dazu geeignet diesen besoffenen dieses besoffene schwein zu ernüchtern okay wir haben den stein bekommen um das besoffene schwein das besoffene schwein wieder nüchtern zu machen ja sehr schön ja okay 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 also gibt also gibt auch interessante dinge über das spiel zu erfahren ja absolut absolut ich meine hier sind ja auch recht viele geheim bosse und so ne das ist ja gar nicht so wie du schon gesagt hast in jedem level soll es ein geheim boss geben was kommen wir denn hier guck mal hier diese truhe die habe ich gerade mehr mit lack gefunden als alles andere also wenn ich da das ding gerade nicht eingeschlagen hätte dann hätte ich die truhe wahrscheinlich nie nie gefunden und es gab seide und 379 finger aber wir hätten auch von hier durchgehen können ja gut ja gut ich glaube es gibt tatsächlich in jedem in jedem level ein geheim boss und geheim gegner okay und so ließ sich der fokus dann wieder an ich verstehe ich verstehe ich verstehe das ist ja gerade einfach aus boden gekrochen kann einfach aus dem holz hier gekrochen aber es gibt eine mechanik bei boss kämpfen extra für erfahrene spieler okay ich bin absoluter pro gamer also die mechanik werde ich bestimmt kennen alter alter achtenparade achtenparade ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wen habe ich dann anvisiert in hier okay alter okay es reicht holy shit ey okay meine affenparade ist echt stark ohne scheiß das ist ein krasses skill es gibt bosse mit zweiten stufen die man aber nur freischalten kann wenn man diesen schnell besiegen kann also kannst du ja nicht so schlecht sein hat es ja schon welche ja tatsächlich das stimmt ähm, ich glaub zweimal, oder? zwei oder dreimal, ich glaube zwei ich glaub zweimal haben wir es geschafft dass der sich in ne zweite Phase begibt ich mein, ich mein auch zwei okay, irgendwo ist ein Zombie, ja vier ich hab aber grad gut Mana verbraucht muss ich sagen ich hab absolut keine Ahnung wo wir her, wo wir her, längs gehen ne, ich okay, die standen hier vorne, das heißt ich kann das öffnen, okay das merken wir uns mal wir gucken uns aber nochmal hier um aber es geht also es fühlt sich im ersten Moment fühlt sich das wirklich nach nach, ähm, ähm, viel an und und sehr groß, ähm unübersichtlich aber im Prinzip ist das doch eigentlich recht übersicht übersichtlich weil es ist doch sehr schlauchig gehalten alles ähm es ist zwar es ist zwar recht groß aber es ist trotzdem alles schlauchig gehalten und, und, ähm doch recht übersichtlich muss ich sagen eine Map benötige ich tatsächlich nicht weil ich hatte in äh, ich hatte schon oft gelesen mittlerweile dass die dass viele Spieler eine Map ähm sich wünschen im Spiel und absolut eine Map vermissen hier in diesem Spiel wobei ich sagen muss nö brauche ich eigentlich nicht also ist vollkommen okay ohne Map also für euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen ähm wird das wahrscheinlich doch ein bisschen unübersichtlicher sein weil ihr es halt selber nicht spielt das ist ja das ist ja oftmals so aber wenn man das halt selber spielt ähm die, die, die Sachen die merkt man sich doch schon sehr, sehr gut also ich finde das schon recht übersichtlich alles ich ich brauche hier ich brauche hier keine Map okay wo sind wir jetzt oh hier ist wieder Duftrebe natürlich doof gerade ja danke okay okay können wir hier noch weiter ne okay geht's oben weiter das ist so ein gelber Stein da vorne oh wir haben hier wieder oh Gott so dicht dran wir waren quasi schon da wir waren quasi schon da Mann 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 okay okay ich weiß ich hatte keine ausdauer mehr der gelbe stein hat hier nichts zu bedeuten scheint nicht wir kommen dem werbelsturm auch wieder näher ausweichen ok hier geht es auch noch weiter in truhe da vorne ist die steinbrücke die wir gesehen haben wir kriegen ja alles erkundet hier ne wir kriegen ja alles erkundet zack ok da unten da unten haben wir den subway surfer gespielt wer ist das? oh oh Gott ein Samurai Affenparade ok den habe ich ja richtig niedergemetzelt der hat ein cooles Schwert der hat ein cooles Schwert ok neuer Geist den habe ich aber extrem niedergemetzelt hier gerade ich liebe die Affenparade die ist echt toll die gefällt mir wir haben jetzt schon echt einige Geister hier ne äh der Außerkorende nimmt die Gestalt der imperialen Rattengerader an er umkreist flink das Ziel und schlitzt sie auf wenn sie am wenigsten erwartet erhöht den durch perfekte Ausweichmanöver erhalten im Fokus moderat ok ähm episch Tigerlakei der Außerkorende nimmt die Gestalt des Tigerlakein an er nähert sich dem Feind blitzschnell und schlägt mit seinem Schwert einmal zu erhöht den kritischen Trefferschaden moderat ok ne ne das brauche ich nicht also ja sieht ganz cool aus was waren die andere hier noch äh ah er hier ne ok auch sehr cool aber ja ähm aber brauchen wir nicht legendär alte Rasseltrommel wichtiger Gegenstand so abgenutzt und ramponiert diese Rasseltrommel auch sein mag wird sie geschüttelt hört man sie noch immer lebhaft klimpern wir haben hier so viele wichtige Gegenstände ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht was man mit denen anfangen sollte ok zwei Elite fehlen noch wir hauen das hier aber schon gut durch ok wo kommen wir jetzt denn wo kommen wir denn jetzt denn gegen eine Bühne was was ist denn Teufel Vampire nein oh Gott lass mich doch in Ruhe ok jetzt haben wir es hier jetzt haben wir es hier mit Vampiren zu tun ok ok ist ja immer wieder immer wieder was Neues ne wobei ein Vampir haben wir ja schon erlebt so ein Elite Vampir von dem wir auch den Geist bekommen haben ich sehe da eine Schatulle glasiertes Reliquiar Raritäten ok das ist wieder etwas was wir anlegen können ähm stellt bei einem perfekten Ausweichmanöver eine kleine Menge Ausdauer wieder her ne äh was hatte ich da jetzt verkürzt die Arm klingt halt aller zauberleicht ja geht schon ganz in Ordnung so auch leider mal was gehen sie weg Hier geht es noch tiefer runter Ging es hier auch noch entlang? War hier auch noch ein Weg? Ne, okay Okay Ah, wo kommen wir denn jetzt hin? Das ist ja Das ist ja sehr wild Immer wieder was Neues hier Also super cooles Level-Design, muss ich sagen Und das, obwohl es halt schlauchige Levels sind Schlauchiges Design ist, aber trotzdem so vielseitig Das ist halt echt extrem cool gemacht Man kann trotzdem viel entdecken Obwohl es halt so schlauchig ist Ah Ah, hier sind wir Okay Okay Okay, gut Dann können wir ja zum Schwein gehen, ne? Warte Bevor wir zum Schwein gehen, gehen wir erstmal kurz zum Zum Schrein Okay How refreshing You woke me up Thanks Enough with the chit-chat My belly's drowning Da waren wir doch schon. Haben wir da was, was wir sehen? Ja, dann gehen wir nochmal zum Tempel des griechenden Tigers. Seid ihr noch da, liebe Leute? Macht mal ein bisschen Stimmung. Okay, wir sind schon Level 39, habe ich gerade gesehen. Krass. So, jetzt ist hier natürlich die Frage, wo finde ich denn hier was zu essen? Sind das die Dinger? Muss ich hier so ein Ding mitnehmen oder was? Jawohl. Einer der Fahrt die wir abziehen. Sehr schön. Okay, das Fleisch kann ich ja nicht mitnehmen. Kann ich das hier mitnehmen? Okay, nee. Das ist die Ruhe. Und das war... Oh! Oh, ich glaube, das haben wir, oder? Ja. Ja. Ich würde mich nicht interessieren, was ich von Zeit zu Zeit interessieren. Ich habe mich auf ein paar interessanten Worte gebracht. Der Räum des Gold hat eine Verbindung mit diesem Land desonant. Ich höre, dass der Räum des Gold ist, wo die Sonne setzt. Da. Sie haben die Rats über alle anderen. Und irgendwie, bevor wir es wussten, der Räum ist weg. Das ist ziemlich wunderschön. Ich habe nur die Rats-Gwaai versucht. Sie schmecken wie die Menschen. Die Menschen noch nicht existiert. Ich denke, dass die Rats-Gwaai geliebte eine Rolle in der Abfall. Wir haben die Rats-Gwaai geliebte. Ich brauche es hier, wenn die Zeit richtig ist. Er hat gesagt. Es ist jetzt die richtige Zeit. Ich nehme sie in den richtigen Platz, um es zu versuchen. Ich habe nur die Rats-Gwaai geliebte. Sie schmecken wie eine Flasche. Es ist die Rats-Gwaai geliebte. Es ist die Rats-Gwaai geliebte. Ich verweigte, dass die Rats-Gwaai geliebte eine Rolle in der Abfall. Ein junge Bruder gab mir ein Stück Gold. Ich brauche es hier, wenn die Zeit richtig ist. Er sagte. Es ist jetzt die richtige Zeit. Ich nehme es in den richtigen Platz, um es zu versuchen. Auf welchem Ort. Mach ihn kaputt, er hat Gold. Ja, kann ich leider nicht. Aber wie ich es auch sofort versucht habe. Scheiß auf MPCs. Da wollte ich jetzt noch nichts ausgeben. Okay, ich wusste es ist ein Boss. Es ist definitiv ein Boss da unten. Deswegen werde ich da noch nicht direkt reingehen. Ich gucke mich hier noch erstmal um. Der singt da ja wieder fröhlich rum hier. Wo ist der Typ? Ich würde gerne mit ihm singen. Oh, wer ist er denn? Oh, hier kann ich meditieren. Ach, er ist schon wieder. Warte, wir meditieren erstmal. Er ist schon wieder. Der, der unser... Der unseren Trank angemalt hat. Der Schweinehund. Jo, wollte ja einen Schillers-Abend machen. Das neue Badhaus ist aber ziemlich lang. Hab noch zwei Schillers-Games zu holen. Parasocial und Giatsu. Bin diesen Samstag dran. Ansonsten geht mir gut. Das freut mich. Das freut mich auch, dass es dir gut geht. Parasocial soll wirklich sehr gut sein. Und Giatsu genauso. Aber das ist ja bei Schillers-Arts. Sie sind alle ja eigentlich sehr gut auf ihre eigene Art und Weise. Manche gehen mehr so in die Psyche rein. Manche mehr in den Jumpscare-Horror wie Night Security. Aber gut, weißt du ja selber dann. Aber deswegen feiere ich Schillers-Arts auch sehr, sehr hart. Ich mag die sehr, sehr gerne, die Schillers-Arts-Games. Stürmewelmen. Okay. Stürmewelmen. All Amir offerings of the battle. Four longs for the four waters under the sky. Their destiny is so as yours and mine. When the long king defied the court. The Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the long king. Deities of the four waters. Deities? Not even they have control over their destiny. Once caught in the threads of karma. All Amir offerings of the battle. Four longs for the four waters under the sky. Their destiny is so as yours and mine. When the long king defied the court. The Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the long king. Deities of the four waters. Okay, hat er jetzt nichts anderes? Also einfach nur hier die Meditationsort hier und das war's? Okay, aber der Meditationsort ist schon ganz gut, ne? Mal schauen, was passiert, wenn wir hier reingehen. Besides every stage a villain resides. Beneath every mountain an abyss lies. Where disparities persist. Bloodbath may arise. Das wird der Endgoss sein. I cannot escape. And Lord can you. Okay, ich guck mir den erstmal an hier. Oh, ja. Okay. Boah, das ist halt echt stark. Shit. Okay, aua. Nein, er hat mal einen Zauber verbrochen. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, das hat weh getan. Ich geh mal, ich geh mal schön weit weg. Das sah gefährlich aus. Oh, ein verzögert hat er an dich. Oh, nein. Ich weich einfach aus. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Ah. Ah, okay. Okay, okay. Sieht ganz gut aus. Was soll jetzt? Was? Was? Ja. Ja, das ist gut. Oh Gott, meine Eier. Oh Gott, meine Affenklöten. Ah, nein, bitte nicht. Okay, wow. Verdammt. Ah, Nara, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, mein Lieber. Vielen Dank für die Flashbank. Ähm, nee, Tode eigentlich nicht. Also, außer jetzt. Das ist der erste Tod wieder. Ah, der ist aber machbar. Der ist machbar. Der ist auf jeden Fall machbar. Dumb ways to die. Danke. Sehen, ob ich auf ihn zulaufen kann. Mit einer Aufladung. Ja, sehr schön. Oh Gott. Du bist gut. Nee. Du bist gut. Ich rade. Ja, bleib. Ja. 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 Ja, ja. Junge. Nein. Ja, wo bist du? Da. Okay, danke. Au. Oh nein. Nein, nicht das schon wieder. Ich bin tot. Okay, nee, doch nicht. Ui, ui, ui. Komm, komm, komm. Heil dich, heil dich. Ich bin tot. Zuid, ich bin tot. Alter. Okay, den sehe ich überhaupt nicht kommen. Also die Fähigkeit von ihm sehe ich überhaupt nicht kommen. Krass. Ich weiß nicht, wie ich das ausreichen soll. Okay, Aua. Ganz ruhig, vorne. Was? Nein. Scheiße. Scheiße. Ich will never forgive! Ich will never forgive! Nein! Oh Gott! Alter! Nein! Nein! Weißt du, da wollt ihr ja echt auf Nummer sicher gehen, ne? Boah! Boah! Ja! Doch nur ein Webelsturm, den er da immer beschwert, oder? Au! Ja! 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 Fang doch mal Feuer hier! Ja! Danke! Ein bisschen Schaden machen hier! Nein! Oh Gott! Nein! Ihr seid solche Wichser! Nein! Oh! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. Kapitel 2. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 addressing Neues Relikt erhalten. Gelber Sand. Brustlose Dämmerung. Kapitel 2. Wir haben es abgeschlossen. Stufe 40 erreicht. Noch ein Geistfunk dazu. Nee, durchgespielt haben wir es nicht. Wir haben das Kapitel 2 durchgespielt. Von 5, wie du gerade gesehen hast. Also ich denke mal, dass es 5 sein werden. Weil wir für jedes Ende eines Kapitels anscheinend so ein Relikt erhalten. Daher gehe ich davon aus, dass es 5 Kapitel sein werden hier im Spiel. Okay, was ist das? Ein Achat, der von der Macht des Samadai-Windes erfüllt ist. Kann zur Herstellung von Waffen genutzt werden. Seide. Kalte Eisenblätter. Veredelter Eisensand. Aber nur ein. Wir brauchen zwei. Nein. Oh, wir brauchen noch zwei. Kann man den letzten irgendwo kaufen? Ich würde den gerne irgendwo kaufen können. Oh, shit. Ich glaube, Y-Kern und ein Geistes-Kern. Scheiße. Shit. Wir brauchen noch zwei. Warum gibt es denn nur einen? Das ist doch ärgerlich. Wahrscheinlich gibt es noch einen bei irgendeinem Elite, den wir hier verpasst haben. Okay, wir gehen mal kurz ins Inventar und gucken, was das Relikt hier ist. Bei dem haben wir ja, dass wir mehr Fokus bekommen. Qualmende Ohren. Kleinsten Tönen wohnt oft tiefste Bedeutung inne. Mutige Reisen bringen sowohl Stolz als auch Widerstand. Echos der Vergangenheit finden sich dort, wo Karma verweilt. Ganz Ohr erhöht die Dauer der Unbezwingbarkeit der ersten Aktion aller vielfältigen Kombos leicht. Glockenklang verkürzt das Abwehrzeitfenster von Felsen fest. Erstattet jedoch bei einer Abwehr die Hälfte der Mana Kosten des Zaubers. Okay, das ist krass. Pfeifender Wind erhöht vorübergehend den Angriff nach einem perfekten Ausweichmanöver. Da nehme ich... Aller vielfältigen Kombos leicht. Ich nehme mal den Pfeifen im Wind. Das können wir tatsächlich auch noch umändern. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das nicht mehr ändern können. Das kann ich jederzeit genauso wie die anderen auch umswitchen, so wie ich lustig bin. So, mein Bester, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich bin dann mal raus. Thank you. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Eine wundervolle Nachtruhe wünsche ich dir. Und ja, wir haben ja auch Kapitel 2 jetzt beendet. Somit ist das ja ein guter Zeitpunkt. Ach Gott, veredelte Erden. Nein, wir brauchen doch vier. Oh, das ist ärgerlich. Oh, das ist ärgerlich. Hier fehlt auch tatsächlich noch ein König. Also ein Boss fehlt uns. Uns fehlt einer. Ja, da müssen wir ja... Da müssen wir ja morgen gucken. Da gucke ich mal, wo der ist. Wenn ich... Wenn ich hier rausgehe. Wir skillen noch einmal. Wo wollte ich den dann reinsetzen? Ach ja. Wir wollten ja hier den Baum runtergehen, ne? Ja, damit die explodiert. Weil ich merke schon, also ich mache, ähm, erhöht den perfekten Ausweich erhalten und Fokus moderat. Ähm, also ich merke, ich merke schon, dass sich, ähm, jetzt gar nicht so wenig perfekt, ähm, ausweicht. Das ist... Also so selten ist das tatsächlich gar nicht. Okay. Das heißt... Ab ins nächste Kapitel. Ab ins nächste Kapitel.